Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghostwire Tokyo. Hallo an alle, die das jetzt live hier auf Twitch sehen. Hallo an alle auf YouTube. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und beim letzten Mal haben wir unsere Superkräfte verloren. Unsere Geisterpower. K.K. wurde uns aus dem Körper gezutzelt wie eine Weißwurst oder so ähnlich. Wir waren die Weißwurst und K.K. die Füllung. Jetzt sind wir leer und das alles ohne süßen Senf. Nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine kulinarische Verunglimpfung. Oh Leute, mir fällt gerade ein. Warte ganz kurz, gleich fangen wir an. Ich stecke schnell mein super langes LAN-Kabel ein, weil dann haben wir stabileres Internet. Dann kann ich Lags und sowas vermeiden. Moment, eine Minute, dann bin ich wieder da. Ach, nicht mal. Ich mach jetzt vielleicht nicht mehr so Coin-ificar. Ansoniedschaft ist in English. & Access sind hier 저희가, bisis seront noch Lust. Wenn die dings nicht mehrtes, dann aber das ist. Und wir glaubern es natürlich nicht mehr Verwandte. Und wir versuchen, drei Minuten nachzunehmen tatsächlich einen erkrankten P neighboring. und von bei hvor... auf curvesschidores und ein events. Und dann, bis der erste Gitarre in die 님, wheel � fernat rein. Und dann geht nach vorne ein. Da bin ich wieder. Hi, Lansquid Birdrider Sister. Noch im Bürostuhl. Aber sobald der aufsteht, der Kater, schnappe ich mir seinen Stuhl. Hi Retro und hi Katka, wie geht's euch? So, fangen wir an, machen wir weiter. Ach, wo ist KK? Haben wir jetzt keine Kräfte mehr, ne? Ähm, jetzt müsste nur noch der Controller funktionieren. Das wär ganz nett. Puh, passt. Okay. Okay. Erfolgreiches Wochenende gehabt? Ne, nicht wirklich. Wir mussten leider kurzfristig unsere Pläne doch noch absagen, weil sie uns komplett eingeschneit hat. Und dann wollten wir kurzfristig noch einen Zug buchen. Aber die Zugpreise, heiliger Bim Bam. Selbst die aktuellen Spritpreise sind immer noch ein Witz gegen die Zugpreise. Ich weiß wirklich nicht, was sich die Deutsche Bahn denkt bei diesen Preisen. Wer fährt Zug? Wer kann sich das noch leisten? Es ist wirklich bescheuert. Bescheuert. Das Vierfache von den Benzinpreisen hätten wir da plötzlich zahlen müssen hin und zurück. Total lächerlich. Jetzt mussten wir leider kurzfristig absagen. Was aber eh nicht so schlimm war, weil ich hab mir erstens gedacht, so unsere Pläne waren Corona-technisch vielleicht eh riskant. Das muss eh nicht sein. Und unser Kater, der Älteste, der ist wieder, also der Jüngste, der Größte, der ist wieder ein bisschen krank. Den wollten wir eh ungern alleine lassen. Insofern, naja. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn natürlich die Reservierungskosten schon bezahlt waren und so weiter. Aber es hilft ja nichts. Katka, dankeschön für den Bittregen. Das Bittglas wird aufgefüllt. Ich war da wirklich ein bisschen traurig. Ich hab mich echt drauf gefreut. What? Habt ihr das gesehen? Und plötzlich sind da so Feulnisbäume gewachsen. Damit. Aber es hilft halt nichts. Wir haben schon Sommerreisen drauf. Es war wirklich Schnee. Bis an die, naja, bis an die Knöchel zumindest auf den Straßen. Unter 0 Grad, gerade so. Also, temperaturtechnisch was Gefrieren angebildet. Idealisch. Das wäre keine gute Idee gewesen bei den Konditionen. Und es wäre außerdem illegal. Ähm, hab ich extra gegoogelt. Ne, ne. Das war schon die richtige Entscheidung. Aber schade. Schade finde ich's schon. Wir haben da wirklich noch lange überlegt und lange geguckt, ob wir das doch noch irgendwie hinkriegen könnten. Aber, naja. Selbst bei mir lag Schnee mit 15 Zentimeter. Und hier liegt nie Schnee. Krass. Ich weiß nicht. Ich glaub, so viel war's, glaub ich, letztendlich dann gar nicht bei uns. Aber ich muss mich grad ein bisschen umorientieren. Ich hab die letzten Tage Weird West gespielt. Das ist ein ziemlich cooles, so klassisches RPG mit ein paar neuen Ideen und coolen Kniffs. Das wagt ziemlich viel. Macht ziemlich viel eben gerade anders wie so klassische RPGs. Und es ist nicht alles super. Aber es ist alles ziemlich cool und erfrischend. Ich mag's sehr gern Weird West. Aber da ist der Schleicherangriff ein ganz anderer als hier in dem Spiel. Eine andere Taste. Und sowas ist immer doof, ne. Wenn so ähnliche Aktionen anders ausgeführt werden. Soll ich jetzt gegen die kämpfen? Hab ich was davon, wenn ich gegen die kämpfe? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Nur am Zocken. Ja, ich mein, das mach ich halt beruflich. Und dann auch noch privat. Oh, shit. Ähm. Hilft dir nix. Deswegen lies deine PNs nicht. Auf Discord meinst du? Also zumindest gestern hab ich die noch gelesen. Ich hab nur nicht geantwortet. Aber den Chat-Eintrag von dem Bot hab ich gelöscht. Wenn's darum geht. Gestern auch schon. Ich schleich mich jetzt hier einfach raus, wenn's geht, oder? Ich vermeide den Kampf. Weil wir haben jetzt quasi nur Pfeil und Bogen. Ich kann nicht mit meinen Laserpünktchen rumschießen. und Ich glaub, wir haben auch letztendlich nix davon, wenn ich die Gegner hier besiege. Na, ich würd ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Soll ich's versuchen? Die Stealth-mäßig alle zu töten? Soll ich's versuchen? Oder jetzt durchsichtige Beine? Ich mein, der Boden ist schon eine ziemlich mächtige Waffe. Das muss man schon noch sagen. Aber ich hab halt nur 13 13 Schuss und hinten liegen noch ein paar. Na gut. Wisst ihr was? Ich mach alle fertig. Ich bring alle um. Warum denn nicht? Ich hab mich jetzt echt Also ich will jetzt gar nicht zu viel versprechen. Am Ende ender ich wieder auf halbem Weg meine Meinung. Wie so oft. Aber ich wär jetzt grad tendentiell eher drauf getrimmt wirklich mich relativ auf Nebenquests und Hauptquests zu orientieren in dem Spiel. Weil ich glaub erkunden und sammeln kann man im Spiel quasi für immer und ewig. Es gibt einfach zu viele von diesen sammelbaren Geister. Das macht mich fix und fertig. Und ich werd versuchen mich nicht mehr so komplett irgendwie in Sammelaufgaben zu verlieren. Wenn was auf dem Weg liegt nehmen wir es natürlich mit. Weil wir haben ja auch was davon. Was ist denn jetzt mit dir Slender Man? Person. Willst du nicht vielleicht mal weggehen? Soll ich den einfach mal erschießen? Ach. Jetzt geht er natürlich. Du bist ein Lurch. Genau, aber die Nebenquests find ich teilweise sehr nett. Da lernt man ein bisschen was über die japanische Mythologie und die verschiedenen Wesen. Die Hauptquest find ich bis jetzt auch ganz cool. Da bin ich gespannt wie's weitergeht. Aha! Hallo Astral, wie geht's? Weiter geht's. Acta, recht hat er. Soll ich mal? Ich weiß gar nicht, die Bäume. Habe ich überhaupt noch meine Geistersicht? Ups, das war meine Taschenlache. Aha! Ich hab noch meine Betäubungszettel. Die kann ich auch benutzen. Ich kann blocken. Moment, ich kann... Nee, kann ich nicht. Ich hab mir so gedacht. Nee, okay. Wir gehen. Oder? Ich mein, ich find's ganz nett. So haben sie's geschafft, so ein bisschen Stealth-Gameplay ins Spiel zu integrieren. Ich bin gar nicht so der große Stealth-Fan, aber es passt schon. Die Gegner sind sehr blind, sehr dumm. Das gefällt mir. Damit kann ich arbeiten. Dumme, blinde Gegner. Dann macht Stealth mir auch Spaß. Es ist wirklich, es ist wirklich immer eine Frage, wie's umgesetzt ist. So ernsthafter Stealth wie in, was weiß ich, Deus Ex oder wie hieß es, Blinder Cell früher. Würde mir heute keinen Spaß mehr machen. Mochte ich früher gerne, würde mir heute gar nicht mehr gefallen. Aber so ein bisschen kreativ, so ein bisschen rumblödeln, so ein bisschen Spaß mit Gegnern haben, wie Metal Gear Solid 5 oder... Oh oh, ich seh hier nicht. Oder von mir aus, oder von mir aus, oder von mir aus, oder von mir aus, das kann mir teilweise schon gefallen. Wir sollten hier rausgehen und uns wieder verstecken. Und dann sind die wirklich sehr blind. Oh oh, hat mich der jetzt gesehen? Oh oh, Schirmfrau hat uns gesehen. Die Schirmherrin, komm. Und das Kampfmädchen auch. Ich muss essen und so schnell. Und, ich muss mich daran erinnern, wie ich aufhöre, mich zu ducken. Okay. Ja, der Bogen ist mächtiger als der Geist. und wegen der Feder der Bogen. Jeder, der schon mal Videospiele gespielt hat, vor allem Videospiele mit Schleichmechanik, weiß, dass der Bogen die mächtigste Waffe im Universum ist, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Oh Gott, aber da schleicht eine Lady Dimitrescu durch die Gegend. Also, die schleicht nicht. Ich sollte schleichen. Vor der habe ich Angst, muss ich sagen. Auch mit Bogen. Ich meine, ich habe noch die Lähmzettelchen, ne? Die könnte ich auch benutzen gegen die. Aber die ist krass. Der Lady Dimitrescu-Geist ist heftig. Bin ich ziemlich irre, dass die hier jetzt so eine absetzen. Und ich muss wahrscheinlich darunter. Wisst ihr noch, als ich beim letzten Stream auf dem Herweg noch gesagt habe, wie groß alles hier ist und wie ungewöhnlich das ist, dass man wahrscheinlich auf dem Weg hier dann flüchten muss, dass die die wieder absperren sollen, damit man sich da nicht schon zu früh hinverläuft und so weiter. Jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir an der Stelle. Heute ist das Spiel, ist das Spiel ein bisschen zu laut heute? Man kann es immer schwer einschätzen, aber die Ausschläge sehen schon hoch aus. Sag mir mal, ob es vom Audio her passt. Es war die letzten Tage leise, weil das Spiel von Haus aus relativ leise ist. Deswegen habe ich es heute mal extra laut gemacht in den Einstellungen. Aber vielleicht ist es jetzt zu laut. Ich weiß nicht, ob ich da runter muss, ehrlich gesagt. Da ist die Dimitrescu-Geist-Person. Die geht da runter immer. Aber ich muss da ja gar nicht hin, oder? Ich kann hier über... Oh oh, die sieht mich ein bisschen, glaube ich. Ich kann, glaube ich, nach oben gehen. Ich gehe einfach nach oben. Gehen wir einfach nach oben. Bei dir hat es sich gut an. Dann wird es schon passen. Es ist auch nur im Kampf, aber dass es so ausschlägt. Aber wird es schon gehen. Ihr sagt mir schon Bescheid, wenn es ist. Keine Geister weit und breit. Muss ich noch ein Stockwerk höher? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt mal da lang. Ach, nee. Nee, tue ich nicht. Da waren wir schon. Von da kommen wir her. Also, ich glaube, da hätte ich irgendwie wahrscheinlich auch hochgekonnt, oder? Aus dem Hauptraum. Aber die Goldkarte, die sprengen wir auf. Warum nicht? Wie heißt die Währung hier eigentlich? Maika. Na dann. Na, wenn die Tür zu ist, müssen wir wahrscheinlich doch in den Keller. Aber die ist nicht zu, oder? Nee. Warum zeigt mir der Greifinger? Achso, der greift nach mir quasi. Ja, ja. Äh, falsche Taste. Sie sind hinter mir her. Ich muss sie loswerden. Was? Sie sind hinter mir her? Kommen wir die Tür mal zu. Oh, oh shit. Was? Eskalate es wirklich. Nein. Das wäre so ein Kopfschuss gewesen. Wenn die doch nur Köpfe hätten. Dammit. Jetzt, come on. Ich kann den Pfeil nicht so schnell spannen, wie hier zu tun. Das ist auch gemein. Wartet mal. Lähmzettel. Der Lähmigkeit. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ein meiner wertvollen Lähmzettel verschwendet. Aber wenigstens essen wir jetzt mal ein bisschen was. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt. Wie schon gesagt, das Spiel hat ja diese fragwürdige Funktion, dass ich quasi belohnt werde, wenn ich getroffen werde für Gegner, weil ich dann meine maximale Ausdauer erhöhe. Ist auch gleichzeitig so ein bisschen ein adaptiver Schwierigkeitsgrad. Das ist vielleicht ganz clever, aber irgendwie schon auch weird. Aber ganz, ganz cool finde ich. Sachsen-Fuchs, danke schön fürs Abo. Freut mich total. Dankeschön. Der reitende Land-Achtfüßer. Genau. Oder Tittenfisch einfach. Oder Oktopode. Meine Freunde nennen mich Oktopoden. Ich höre schon wieder Geister und sie schatten. Das haben die eigentlich fast immer schön gemacht. Fast ein bisschen zu oft. Es ist ein bisschen alt jetzt schon. Aber das ist immer schön, dass die Beleuchtung so gelegt ist, dass man schon die Schatten von den Gegnern zieht, bevor man die Gegner zieht. Bin ich eigentlich ganz nett. Hitcher. Fidelity. Fötality? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Nein, Model Combat. Ich hoffe, ich habe jetzt Ed Boone nicht auf neue, kranke Ideen gebracht. Macht keinen Fötality. Nein, ich finde die Gewalterstellung von Model Combat nicht wirklich schlimm in Wirklichkeit. Ich finde die lustig. Die sind albern und abgedreht. Das ist so comic-hafte. Das ist so ein bisschen Tom & Jerry Gewalt mit Blut. Das finde ich nicht schlimm. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ohne die Dimitrescu im Keller zu hauen. Das ist gut. Ach, die Lautstärke der Spieleffekte sind etwas schlecht, sagst du. Ich habe mir das nämlich schon fast gedacht. Ich mache mal so, weil die anderen im Chat meinten, dass es passt. Ich mache mal dann so kompromissmäßig einfach das Spiel ein bisschen leiser. Dann gucken wir mal. Oh nein, wartet. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir lassen das Spiel mal so, wie es ist. Aber ich gehe mal schnell in die Optionen. Gehe schnell in den Sound. Mehrkanal. Machen wir mal Stereo draus. Ich mache mal die Musik-Lautstärke auf 80%. Die FSFX-Lautstärke auf 70%. Und die Sprach-Lautstärke lassen wir auf 100%. Dann hören wir die Figuren reden. Aber das Spiel ist nicht ganz so laut in den Action-Szenen. Haltet mich auf dem Laufenden, wie der Sound jetzt ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen leiser machen. Gerade die Special Effects. Die Kämpfe sind in solchen Spielen oft auch meiner Meinung nach immer viel zu laut. Ich habe es geschafft. Seine Wohnung war weiter nördlich. So. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir zu KKs Wohnung. Jetzt müssen wir quasi ohne unsere Superkräfte durch die Stadt. Das ist eigentlich gut. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Weil vorher waren wir der an Kobold sich entlianen, an Geisterlianen entlang schwingende super Held, der alles zerstampft hat, was sich in den Weg stellt. Mit Feuer und Eis und Windkräften und Craziness. Und jetzt sind wir eher so ein ziemlich verwundbarer Stealth-Boy. Stealth-Boy. Ja, wir haben Wall Street haben wir auch schon an. Finde ich ganz nett, dass das Spiel hier so einen Tempowechsel macht. Tut dem Spiel, glaube ich, gut. Ich habe schon das Gefühl, dass bis jetzt noch nicht, aber das ist eins von den Spielen, da sehe ich mich schon, dass ich gegen Ende keinen Bock mehr habe, weil es zu monoton mir wird. Bis jetzt ist noch alles gut, aber ich kenne mich bei so Open-World-Spielen, die meiner Meinung nach dann immer viel zu überladen sind, die einfach nicht wissen, wann gut ist. Hier noch ein Sammelgegenstand gestanden und da noch eine optionale blöde Quest und sowas. Die wissen immer nicht, wann Schluss ist und dann eskaliert. Finde ich zumindest. Mit dem Bogen! Der Bogen ist schon gut. Ich mag den Bogen. Ich finde es schade, dass ich keine Munition sammeln kann. Wenn ich da meine Kräfte wieder hätte, hätte ich wenigstens gern volle Power. Aber gut. Warum kann ich das eigentlich noch? Warum kann ich die, wenn ich keine Kräfte habe, eigentlich noch entkernen mit Schleichangriffen? Ja, ja, warte mal. Ich kann, wenn ich rausfinde, wo der gleich nochmal ist, gehe ich mal schnell in den Fotomodus. den haben wir nämlich beim letzten Mal noch freigeschaltet. Äh, warte mal. Äh, Selfie. Selfie? Hallo? Selfie-Knopf? Ah, hier. Genau. Guck. Schon lustig, oder? War Dweller auf Geisterjagd. Oh, abguck, Geisterjagd. Jaja, das ist standardmäßig im Spiel drin. Das ist kein Mod oder so. Das ist ja von Tango Games, dem Studio von Shinji Mikami, dem Resident Evil Urfahrt, quasi. Oder einen davon. Aber schon so den, den Haupt. Dude. Äh, und die gehören ja zu Bethesda. Also schon bevor die alle bei Microsoft waren, waren die quasi schon eine Spielentwickler-Familie. Insofern ist das gar nicht verwunderlich. Gab's ja auch schon in, äh, The Evil Within und The Evil Within 2 vor allem, gab's ja auch schon mehrere Bethesda-Easter-Eggs. The Evil Within 2 ist quasi so der Vorgänger, also nicht direkt, die Spielreihen gehören nicht zusammen, aber vom Entwicklungsstudio, der Vorgänger von Tokyo Ghostwire. Andersrum. Hallo Hund. Ich kann auch nicht mehr mit Hunden reden. Oh nein. Armer Hund, leider verstehe ich dich nicht mehr ohne meinen Geist. Aber ich hole mir den wieder, hoffentlich. Also in so dunklen Ecken, wenn's regnet, seh ich in dem Spiel ehrlich gesagt fast überhaupt nix, weil ich nur noch grau und braun vor mir sehe. Ah ja, da sind wir schon bei seiner Wohnung. Perfekt. Und ist wohl gar nicht so schwer, oder? Wer bist du? Du warst auf dem Foto. Tja, du und der mürrische alte Mann. Ihr versteht euch wohl ziemlich gut, hm? Also, du willst ihn da rausholen. und du traust dir das zu? Mit dem Spielzeug da? Du brauchst seine Kräfte, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Das heißt also, du bist noch nicht selbst draufgekommen. Deine Verbindung zu ihm ist immer noch da, verstehst du? Was? Hier. Gib ihm das von mir. Ist wichtig, okay? Ich hab mich schon gewundert, warum die noch lebt, aber tut sie wahrscheinlich gar nicht. Also, nicht körperlich quasi. Ist das... Mhm. Zweifinger. Ich hab zu viel Elden Ring gespielt. Ich seh überall nur noch Elden Ring Mythologie. Wo hast du denn... Oh, da ist was Schwarzes. Will ich das mal nehmen? Notiz von Rinko. Ich habe etwas vorbereitet, das sogar du nutzen können solltest. Mehr kann ich gerade echt nicht für dich tun. Du wirst einfach alleine klarkommen müssen. Dickicht Talismanne. Dickicht-Talismanne beschwören ein Gebüsch, durch das Besucher nicht hindurchsehen können. Ah, Rauchgranaten. Alles klar. Ich verstehe. Ein solches Gebüsch bietet Deckung, um sich unbemerkt an Gegnern vorbei zu schleichen. Ich hätte gern cool wäre es, wenn ich durchschauen könnte, aber Geister nicht. So eine Geister Wahrnehmungswand. Oh, die Dose, die da steht, ist noch verschlossen. Die würde ich jetzt gern trinken. Ich bin ein bisschen durstig. Naja, holen wir nachher mal ein Wasser oder so. Da sind Pfeile in der Box und ich kann sie nicht nehmen. Das ist gemein. Ich glaube, hier haben wir alles, oder? Warte mal. Das haben wir nicht. Das Kind in der Kanalisation ein von KK verfasster Bericht über verschwundene Personen in der Nähe eines Gullis. Er wird dir zusätzliche Fähigkeitspunkte für Geisterkräfte gewähren. War die schon beim letzten Mal hier und wir haben es nur nicht gesehen? Ich habe mir doch alles angeguckt. War ich so ungründlich oder oder was? Oder ist der neu? Oder ist der mit Perwoll gewaschen? Naja. Was machen wir denn jetzt? Gehe hinaus. Okay, das schaffen wir. Folgen wir mal der komischen Geister Schwubbelspur. Einfach verrückt. Das ist quasi unsere Nabelschnur. Der müssen wir jetzt folgen. Oh oh. Bin ich in Läden sicher? Ich denke schon. Nehmen wir schnell die Töpfe von Gold mit. Dass da überhaupt kein Regenbogen ist. Bisschen enttäuschend. Dafür sind die Töpfe selbst so ein bisschen regenbogen artig. Meint ihr ich kann mich anschleichen? Schaffe ich es bevor die sich umdreht? Ich glaube nicht. Ich glaube wenn ich direkt vor ihr stehe wird sich umdrehen und sagen dann bin ich tot. Na guck. Alles wunderbar. Oh oh. Ah da oben schaffe ich nicht einfach so. Die habe ich überhaupt nicht an die habe ich gar nicht gedacht. Dass ich den Himmel absuchen muss da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber zum Glück sind die relativ easy. Ich höre irgendwen weinen. Oh. hier kommen wir eh noch nicht weiter. Hier ist noch Fledermausland. Äh ich habe irgendwie die Spur verloren. Ähm Hallo? Komische schwarze stinky Spur? Ah da ist sie. Das erinnert mich ein bisschen an der Dogs Life glaube ich hieß es im Playstation 2 Spiel. Da bellt auch noch ein Hund. Da konnte man da hat man Hund gespielt und man konnte den Geruchsmodus stellen. Dann hat man die ganze Welt nur noch gerochen. Also in farbig dargestellten Duftnoten wahrgenommen. Und das sah so ein bisschen so aus nur bunter. Ähm war kein sehr gutes Spiel. Aber eine nette Idee. Hat mir gefallen. Ist er hier? Oh 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 nein die halten mich nicht auf. Wenn ich Marie retten will. Okay. Dann brauche ich deine Kräfte. Das Problem ist nur dass wir unbedingt das Regenmantelkind töten müssen bevor es uns entdeckt. Weil sonst haben wir ein Problem. Ah der ist kugelsicher und jetzt hat er mich gesehen ist wo sind sie denn hin oh man ey keine Munition mehr jetzt haben wir ein Problem hier das ist jetzt wirklich doof wenn ich jetzt keine Pfeile finde weiß ich überhaupt nicht wie ich gegen die kämpfen soll weil ich glaube das macht keinen Schaden und hausen kann ich die nicht mehr ich brauche bitte Pfeile sonst haben wir ein Problem ich hab wirklich sonst nix ne wo sind eigentlich die neuen baum talismänner da wäre gewesen aber die bringt mir halt jetzt auch nix ne aber gut zu wissen auch ich kann gegen die jetzt wirklich nix machen ne ist schon ein bisschen ungünstig ich kann die geister einsaugen aber mehr auch schon nicht wo oder kann ich die einfach ignorieren und gleich zu dem schrein gehen und den schrein reinigen ansonsten ich gehe schnell zu dem laden da hinten und kaufe mir neue Pfeile wartet nur ihr belger wenn ich aus dem laden zurück komme dann setzt es aber was guten tag wir brauchen viele Pfeile danke so jetzt aber kurz zwischendrin die Munizie und shoppen gehen warum nicht okay wo waren wir stehen geblieben ha damit haben sie nicht gerechnet was ist das jetzt da waren doch noch mehr oh oh dropkick ah come on kann ich das portal hier überhaupt reinigen ne kann ich nicht ja was mache hin soll ich darüber klettern da wird mir was angezeigt als könnte ich interagieren aber ich kann es nicht ich muss das überleben außen rum gehen das das wäre die lösung gewesen da muss man erst mal drauf kommen damn it ich kann mir daneben schießen nicht leisten hätten damit ja genau die falsche kalt ist auch eine gute idee vielleicht wäre schleichen auch eine idee gewesen aber jetzt sind wir schon hier durchlaufen hätte auch funktioniert plötzlich sind alle gegner weg gepufft durch die macht der cutscene dej los auf 능 in las in einem in in en le in auch schon da hat lang genug gedauert woher wusstest du denn dass ich dich retten würde retten spiel dich mal nicht so auf du bist hier weil du meine kräfte brauchst oder etwa nicht wo hast du eine frau in deinem versteck hat mir das gegeben dann lebt sie also noch nein tot aber mischt sich immer noch ein ist das deine familie ist das sind sie der grund das geht dich nichts an alles was zählt ist dass wir auf derselben seite stehen du und ich ich hebe es für dich auf also kommst du jetzt mit oder was wird man so um ein gefallen ich bitte dich nicht das ist ein angebot und wir haben beide keine wahl hoffentlich bereist es nicht ich bin auch ganz Was? Oh, was war denn das? Das war unglaublich. Mit vereinten Kräften können wir das Unmögliche schaffen. Außerdem wird eine gewaltige Schockwelle ausgelöst, die kleinere Gegner wegschleudert und größere betäubt. Zudem wird es im Einklang einfacher, die Kerne von Besuchern freizulegen. Stimmt. Verdammt. Sie haben das Ritual begonnen. Mari, keine Zeit zu verlieren. Los! Mission beendet in Körper und Geist. 500 Erfahrungspunkte. Kapitel 3 Verhältnis Das Licht kommt aus dem Nordosten. Zuerst müssen wir diesen Ort reinigen und den Nebel vertreiben. Bin schon dabei. Ich bin dir weit voraus, KK. Entnebelt. So, lass mich mal kurz gucken. Wir haben ein neues Outfit freigeschaltet. Ich glaube, das ziehe ich an. Wir haben neue Nebenmissionen. Ich glaube, die machen wir. Das Spiel ist halt so ein Open-World-Problem. Weil das Spiel suggeriert mir hier gerade so Ui, 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 ui. Jetzt aber schnell hier. Jetzt wird es kritisch. Aber in Wirklichkeit können wir uns, glaube ich, 25 Monate und 3 Tage und 4 Stunden Zeit nehmen. Und es ist immer noch egal. Es ist immer noch die Säule im Osten, im Norden. Und niemanden interessiert es. Insofern, whatever. Okay. Oh, hier könnten wir... Ja, das machen wir. Ziehen wir so einen Glücksstock. Da werden wir eventuell supermächtig oder supernichtmächtig. Da ist ein neuer Katzenhändler. Das ist auch gut. Den schauen wir uns auch an. Und dann geht es hier gleich zur Oni-Quest. Bin gespannt, ob wir da dann auf einen Oni stoßen. Das könnte gefährlich werden. Aber vielleicht ist er wie Ito aus Genshin Impact. Und dann wäre es ziemlich cool. Fähigkeiten. Wir haben 40 Punkte. Damit lässt sich was anfangen. Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, und das mache ich auch, dass ich meine Windpower erhöhe. Ich mag die anderen beiden zwar lieber, aber ich benutze halt die Windpower meistens. Das ist halt meine Standardwaffe. Insofern macht das schon Sinn. Ich würde sagen, dann investiere ich die 40 Punkte für das höchste Geschwindigkeitstempo beim Windweben. War das vorhin eine Freundin von dir? Wer? Rinko? So weit würde ich nicht gehen. Das heißt? Wir sind nur Kollegen. Wir arbeiten zusammen. Das war's. Geistergetränk? Ah, ich hasse es. Warum denn eigentlich? Warum denn? Warum kann ich von jedem Geister Ding nur fünf mitnehmen? Äh, von jedem Nahrungstyp meine ich. Auch von der Geisternahrung. Warum? Warum diese Begrenzung? Gib mir doch einfach hundert. Alle. Unendlich. Was ist das? Das ist natürlich, lieber KK. Wie kannst du das nicht wissen? Ein Horagai. Come on. Das weiß doch jeder. Ein Musikinstrument aus dem Haus einer Meerschnecke, das seinen Ursprung in der Haiyanzeit hat. KK ist so ungebildet. Dabei müsste er nur in die Datenbank gucken. Ach so genau, Glückskeksstock ziehen. Zahl ich für 200. Wem gebe ich eigentlich das Geld? Was passiert damit? Und? Omi Kuchi. Naja, könnte schlechter sein. Ich find's gut. Handeln mit Bedacht. Frieden und Ruhe sind das oberste Gebot. Der Wind trägt die leisen Klänge des Bond-Tanz. Ach, genau das hatten wir doch schon mal. Jetzt kommt die ganze Zeit nur... Nur Musik und sonst nix. Ich hätt gern mal einen echten Gameplay-Einfluss. Aber nett ist es ja, dass es sowas gibt. Aber gut. Das stimmt, das ist eine gute Idee, dass ich als Begrüßungsgeschenk für die Quest Käfer mitnehme, falls es Ito ist. Was ist denn das da oben? Ach, das ist eine Werbetafel, die ganz weit weg ist. Na gut. Ich steck hier irgendwie zwischen Bäumen fest. Nein! Ich kann wirklich... Ich kann nicht mehr springen und nix. Ich bin zwischen die drei Bäume gerutscht und jetzt komm ich nicht mehr raus. Zum Glück kann man dem Spiel schnell reisen. Sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Oh Mann. So. Jetzt lass mich noch mal kurz gucken. Da ist der Katzenhändler. Warte mal, die Musik hat aufgehört. Vielleicht können wir gleich noch ein Glückstäbchen ziehen. Nein. Na gut. Gibt's wohl irgendeinen unsichtbaren Cooldown oder sowas in der Art. Oh, was haben wir denn hier? Na? Ein Safe mit Geld. Ein geisterhaftes Schnubbel-Flupsi-Essen. Eine nicht ganz so geisterhafte Schnubbel-Flupsi-Tüte. Das ist ein Luftreiniger oder eine Heizung. Wahrscheinlich eins von beidem. Oder beides oder nichts davon. Ich kann wieder fliegen. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann sagen wir mal Hallo. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ah ja. Ich hab Sachen für ihn. Ein nostalgisches... Ich habe Aufträge. Genau. Hier ist das Sportwagen-Modell. Bitteschön. Und das Modell einer Kragenechse. Ah ja. Der ist nostalgisch. Der will lauter so alte Collectibles haben. Ich verstehe. Puh, das ist teuer. Outfit. Genau. Ich wollte mich doch vorher umziehen. Dann bin ich wieder über den Fähigkeiten hängen geblieben. Warum wird mir hier immer noch ein Ausrufezeichen angezeigt? Das verstehe ich nicht. Was will es mir denn zeigen? Was willst du mir denn zeigen? Dass ich die Knötchen hier lösen kann, weiß ich. Das musst du mir nicht mehr zeigen. Bitte. Nicht notwendig. Ich hatte die ganze Zeit... Das war jetzt doof, ne? Ich hätte natürlich jetzt während der Stealth-Passage, in der wir nicht unsere Superkräfte hätten, lieber die Schützenkette nehmen sollen, statt die Windkette. Das hätte uns das ein bisschen erleichtert. Aber gut. Ist ja egal. Welches Outfit haben wir jetzt bekommen? Irgendwas mit taktische Hose und taktische Schuhe, glaube ich. Ghostwire-Schuhe, Tango-Schuhe, Gateway-Schuhe. Die taktischen Schuhe. Aber die haben wir doch eh schon an. Verstehe ich nicht. Ist egal. Ziehen wir wieder mal ein bisschen so ein Standard-Outfit an. Ist eh gut. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Es muss ein Uni gewesen sein. Die Leute halten Uni für große, gefährliche Gämonen. Aber sie sind gar nicht so böse, die Ansagen. Das Wort Uni kommt ja auch von Un. Das bedeutet ungesehen. Wenn früher etwas Schreckliches passierte, hat man die Ungesehenen verantwortlich gemacht. Kann einem ja echt leid tun. Wo hast du diesen Uni gesehen? Also, da drüben war ein Hund mit einem Hals. Ich hab ihm einen Kibidango gegeben und er hat den Uni gerufen. Ein Hund, der Kibidango mag? Klingt wie aus dem Märchen Momotaro. Jetzt auch noch Hunde? Langsam reicht's. Warte, hast du mehr Angst vor Hunden als vor Oni? Ich? Auf keinen Fall. Schon gut, war ein Witz. Ähm. Schauen wir mal den Hund. Ja, okay. Geben wir schnell die Geister ab. Unser Geisterbudget ist zwar noch ziemlich leer, aber es schadet dir nicht. Wenn wir schon an der Telefonzelle vorbeikommen, oder? Dann laden wir unsere Geister hoch. Oh oh, schon wieder eine Vision. Zehn Fertigkeitspunkte. Maximal. Maximale Lebenspunkte erhöht. So, irgendwo hier. Ah, wartet. Da ist ein Hund. Ah, hier sind... Ah, ein Hund mit dem Halsband. Okay. Das ist er. Schickes Halstuch. Hallo. Hey, du Köter. Wo finden wir hier einen Oni? Ähm. Klar, hier. Vom Glück hatten wir Kibidango. Ich musste dem wirklichen Kibidango geben. Wenn ich jetzt keins gehabt hätte, wäre das unter Umständen frustrierend geworden. Und nun gräbst du einen Oni aus? Bist du der Oni? Muss ich noch was machen? Hier ist er. Ich ruf ihn für euch. Was machen die Viecher denn hier? Er zertrappt. Achso, nee. Er muss den Hund beschützen. Es ist aber ganz schön viel los hier. Oh, oh. Keine Windenergie mehr. Moment. Wasserstofffinde. Au. Ja, was mache ich denn? Das ist ja. Dammit, hier. Warum habe ich denn immer die falschen Talisman? Weil ich von den anderen keine mehr habe. Alles klar. Davon habe ich auch nichts mehr. Ich brauche Munition für irgendwas. Nicht mehr irgendwas. Ich brauche Munition für irgendwas. Meine Güte, das waren aber sehr viele Gegner auf sehr engem Raum hier, finde ich. Wir brauchen den Hund für den Oni. So, wo waren wir stehen geblieben? Sieht aus, als wären wir jetzt sicher. Okay, ich ruf ihn jetzt. Das habe ich schon mal gehört und danach ist irgendwie alles schief gegangen. Wow, ein echtes Oni. Sie wollten deine Kräfte. Deswegen haben sie dich angegriffen. Wenn du sie uns überlässt, sollten sie dich ab jetzt in Ruhe lassen. Du kannst uns vertrauen. Versprochen. Cool. Jetzt haben wir Unikräfte. Aber die Unikräfte sind im Grunde jetzt nur die Möglichkeit. Also ein Upgrade-Teilchen. Aber okay, warum nicht? So, wo waren wir stehen geblieben? Schauen wir mal, wo die nächste Nebenmission auf uns wartet. Die Nebenmission finde ich echt ganz nett, ne? Bis jetzt haben wir da... Bis jetzt gab es so von den mythologischen Figuren her zumindest noch keine Wiederholungen im Grunde. Ach, ich kann hier direkt schnell reisen hin. Könnten wir machen. Aber ich gehe lieber. Weil, was wir auf dem Weg finden, das nehme ich mit. Würde ich sagen... Ist das hier böser Nebel? Ja, das ist aber wirklich nur noch so ein Klecks böser Nebel hier mitten im... Komisch. Mitten in der Map. Resonanz erhöhen. Fülle die Resonanzanzeige durch das Extrahieren von Kernen. Ah, so geht das. Ich habe mich schon gewundert. Wunder nicht! Das erklärt einiges. Erstens weiß ich jetzt, wie ich die Resonanz auflade, klar. Aber zweitens habe ich doch noch vor ein paar Tagen, beim vorletzten Mal oder so, als wir das gespielt haben, mir die Frage gestellt, was dieses Entkernen eigentlich bringt. Und jetzt weiß ich, was das Entkern eigentlich bringt. Es bringt mir diese Leiste. Unvollständige Nachricht. Es tut mir leid, ich fühle mich nicht so gut. Werde nach Hause gehen. Irgendwas ist heute komisch in Shibuya. Du solltest lieber auch heimgehen. Und dieser Nebel ist... Und dann hat es Puff gemacht. Wahrscheinlich. Und er war weggepufft. Oh oh! Kommt hinter mir! Wo kommst du denn her? Ja! 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 Durch den weltenen Zwar. Eure Stärke. Durchbricht einst unerschütterliche Mauern. Und hilft der Welt, sich neu zu erfinden. Seht, diese große Hand. Hier ist das Fundament einer neuen Welt. Ihr wandernden Seelen. Kommt alle zu mir. Dies ist ein freudiges Ende. Was zur Hölle ist das? Ein Collectible. Ein Okashi. Eine zylindrisch geformte Holzpuppe aus der Region Tohoku. Neubeginn. Was jetzt? Bitte, bitte. Das Krankenhaus wird vom Bonster überrannt. Ich konnte entkommen, aber jetzt kann ich nicht zurück. Ist in der letzten Zeit was Ungewöhnliches passiert? Nun, da war dieses Mädchen Misaki im vierten Stock. Nach ihrer Augen-Ophe hatte sie Schlafprobleme. Sie soll unter starken Schmerzen gestorben sein. Ihr Leiden könnte die Verderbnis verursacht haben. Wir können es nicht ignorieren. Okay. Für Innenräume nehme ich mal unsere Wasserschrotflinte. Wobei, so ein Krankenhaus könnte recht weiträumig sein, ne? Aber wird schon passen. Das Mädchen sollte im vierten Stock sein, richtig? Aufgepasst. Oh. Ist das, das ist aber, ist das dasselbe Krankenhaus, in dem wir schon waren? Es kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Takun kommt sofort zurück aus dem Eingangsström weißer Rauch. Ja, natürlich. Wir waren hier schon. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen lame, muss ich sagen. Ich habe gerade die Nebenmission noch gelobt, dass es da immer was Neues gibt. Aber jetzt führt mich die Nebenmission in das gleiche Gebäude, wie das, wie die Hauptmission. Da wurde viel recycelt. Also was heißt viel? Keine Ahnung. Aber ich mag das immer nicht an Open World Spielen. Wenn die Karte ungefähr 100 Milliarden Kilometer ist und auf jedem Quadratzentimeter gibt es Collectibles und Sammelitems und dies und das und bla bla bla. Keine Ahnung. Aber dann irgendwie die Hälfte des Contents recyceln. Dann macht doch die Karte nur halb so groß und versteckt nur halb so viel Zeugs und kümmert euch mit der Zeit, die ihr dadurch gewinnt, vielleicht um andere Sachen. Fände ich zumindest. Aber gut. Jetzt der Stock. Ich meine, so ein Krankenhaus ist groß, ne? Warum nicht verschiedene Stockwerke und Flügel zu verschiedenen Mini-Dungeons machen? Alles okay? Denkst du an deine Schwester? Ja. Ich bin so ein Feigling. Ja, aber es sind eben nicht mal verschiedene Stockwerke. Hier war unsere Schwester. Naja, okay. Wir wollen mal nicht zu streng mit dem Spiel sein. Aber ich fände es immer schöner, wenn sich die Spiele eher auf den Inhalt konzentrieren. Eher auf die Qualität des Contents konzentrieren. Und nicht die Masse nur. Ich bin so ein... 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 Papierkranich. Ein quadratisches Stück Papier, das sorgfältig zu einem Kranich gefaltet wurde. Ich bin so müde, aber ich kann nicht einschlafen. Bist du Misaki? Warum kannst du nicht schlafen? Ähm, ich hatte so eine Augen-OP. Und jetzt sehe ich immer diese gruselige Frau, ich meine Haut zu machen. Eine Hornhauttransplantation. Sie sieht, was der ursprüngliche Besitzer diese Augen zuletzt gesehen hat. Im dritten Stock gibt es eine Tür, die immer zu ist. Aber manchmal kommt er die gruselige Frau raus. Keine Sorge, ich mach das schon. Eine Hornhautspende und eine seltsame Tür. Vielleicht finden wir was im Dienstzimmer im dritten Stock? Oh, keine Munition mehr. Das ist eigentlich eine gute Idee. Moment. Moment. Ich finde das so verwirrend. Immer wieder mache ich das. Erstens vergesse ich, dass man dem Spiel blocken kann. Aber zweitens, weil mit dem rechten oberen Knopf wechselt man die Waffenart durch. Und mit dem linken Block man. Und ich schalte immer zu weit beim Waffen wechseln und will dann zurückschalten mit der Block-Taste. Weil halt die beiden Schultertasten zum Durchschalten der Waffen sich so intuitiv anfühlt. Aber so ist es gar nicht in dem Spiel. Und das ist gar nicht in dem Spiel. Ja. Unsere Windgun ist jetzt schon ein ziemliches Maschinengewehr geworden. Leider hat es halt auch einen Munitionsverschleiß jenseits von Gut und Böse. Aber okay. Das ist gar nicht in dem Spiel. Ich muss ja mal gucken, weil manche von den Collectibles sind ziemlich unscheinbar. Kann man leicht übersehen. Ah, na toll. Ja, das stimmt. Die Handbewegungen finde ich auch sehr cool. Das ist auch wirklich irgendeine Meditationstrainingsmethode nachempfunden. Habe ich in irgendeinem Making-of gesehen. Aber frag mich nicht. Was genau? Vielleicht finden wir hier etwas zu den Mädchen. Aber das sind auf jeden Fall echte Handbewegungen aus irgendwas. Was das wohl ist? Die Schießerstatuen. Statuen von legendären Okina-Wishan-Kreaturen, die das Böse fernhalten sollen. Das Böse! Böse! Ups. Nicht das Buch erschießen. Kenta Ovada. Bericht zum tödlichen Unfall. Kenta Ovada wurde mit einer Fraktur des rechten Oberschenkelknochens eingeliefert. Die Behandlung verlief zunächst erfolgreich und er stand kurz vor der Entlassung. Am Morgen des 23. Juli wurde seine Leiche in einem Operationssaal gefunden. Die Todesursache ist unbekannt und es konnte keine Anzeichen für externe Traumata festgestellt werden. Da Hea Ovada als Organspender eingetragen war, kam er als Spender für eine bevorstehende Hornhauttransplantation in Betracht. Zum Zeitpunkt des Fundes der Leiche gab es Berichte über unerklärliche Vorkommnisse im OP-Saal. Aufgrund der großen Anzahl von Augenzeugen wird der Zugang zum Saal bis auf weiteres gesperrt und die Tür mit dem Passcode versehen. 7 4 3 9 8 Dieser Ovada könnte Misakis Hornhautspender sein. Ach was. Wir kennen jetzt den Passcode. Probier. No shit Sherlock. Brief an Krankenhausdirektor. Als Ovada im Operationssaal im Sterben lag, murmelte er etwas von einer Frau, die er sehen konnte. Da sah ich sie auch selbst. Es war ein furchterregender Anblick. Sie war wie eine Art Schatten, der eine Maske trug. Okay. Ich dachte erst, wenn es so eine gruselige Frau ist, ist das bestimmt so eine Dimitrescu. Aber das klingt, das klingt komisch. Bitte verriegeln Sie den OP. Seit dem Tag habe ich den Schatten noch oft gesehen. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Der Raum muss verschlossen werden, bevor Patienten anfangen darüber zu reden. Wir gehen an dieser verschlossenen Tür aus. Ach, hör doch auf. Ich will lesen und nicht schießen. Ah. Schichtprotokoll. 20.8. Die junge Masaaki leidet seit ihrer Hornhauttransplantation unter Schlafstörungen. Jede Nacht benutzt sie den Rufknopf, um uns zu sagen, dass sie eine gruselige Frau sieht, wenn sie die Augen schließt. Wir halten das für eine Art postoperatives Delia. Falls ihre Symptome anhalten, sollten wir einem Psychiater hinzuziehen. Essen. Wahrscheinlich habe ich eh noch viel essen. In letzter Zeit habe ich mich tatsächlich oft geheilt. Da habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, nicht, dass uns die Heilung ausgeht. Aber wir haben noch viel. Wir haben noch drei Gurken. Und fünf Yakitori. Und zwei Shoujo Senpai. Und, 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 und. Haben wir schon noch ein bisschen was. Aber wartet mal ganz kurz. Wenn ich schon dabei bin, rüste ich mal hier die Geistergetränke aus. Die erhöhen nicht nur den Schaden unseres ätherischen Webens kurzzeitig, sondern ich habe fünf davon. Und ich will die reduzieren, damit wir neu looten können, wenn wir welchen über den Weg laufen. Das muss die verschlossene Tür sein. Das muss die verschlossene Tür sein. Gut. Sehen wir mal rein. Sehen wir mal rein. Doch suche den Raum. Ich habe Angst. Jetzt kommt bestimmt irgendein krasser Bosskampf oder sowas. Ich habe ein bisschen... Das ist gruselig. Und ich habe ein bisschen Schluckauffall hatte Angst anscheinend. Ja. Das hat jetzt aber schon ein bisschen... The Evil Within Vibes, finde ich. Der CPD ist nun live geschaltet. Das ist cool. Ich will noch warten, bis der Discord wirklich umgebaut ist. Komplett. Und dann werde ich anfangen, Werbung für den Discord zu machen. Und dann kommt auch... Okay. Ist da jemand? Neue Leute wahrscheinlich. Und dann... Wird es da bestimmt... Auch... Genug... Leute zum Mitmachen geben. Ist ja noch ein Monat Zeit. Ich nehme mal die Chips. Nein, nicht das Radio. Um Gottes Willen. Mit so viel Splatter habe ich hier nicht gerechnet. Noch mehr Chips. Munition. Das ist gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Wasserpump Gun. Die Macht, finde ich, dafür, dass das Aufladen so lange dauert und die so wenig Reichweite hat, macht die zu wenig Schaden, meiner Meinung nach. Ich meine, die ist eine Nahkampfwaffe, ist okay. Aber ich finde, die sollte mächtiger sein. Naja. Da ist genau diese Geisterlimo, die ich nicht aufheben kann. Na toll. Da ist irgendwas. Ich sehe es immer noch. Hallo? Hilfe! Ich bin gerade hier aufgeworfen. Diese Monsterfrau hat mich angegriffen. Ihr Abbild hat sich in meine Weltkrieg gebrannt. Ich sehe sie überall. Interessant. Dann müssen Sie der Spender sein. Spender? Was soll ich gespendet haben? Ein Mädchen hat ihre Hornhaut bekommen und hat jetzt das gleiche Problem. Nein. Sie leidet wegen meiner Augen? Wenn wir nur gegen das Monster etwas unternehmen könnten. Vielleicht kann dann wenigstens das Mädchen entkommen. Das ist alles wie ein Albtraum. So oder so können wir hier nur weg, wenn wir sie erledigt haben. Sieht ganz so aus. Suchen wir sie. Ganz schön creepy gerade. Ich finde es schon gruselig. Aber ich finde es angenehm gruselig. Oh, es ist doch eine Dinger Presko. Da leckt es gleich vor lauter Windpower. Gut. Das sollte reichen. War sie das? Wirklich? Habt ihr sie gesehen? Diese Scheibe ist auch. Sie hat mich umgebracht. Okay. Ich glaube wir haben sie. Sind wir wieder auf der Station? Der Einfluss des Monsters muss nachgelassen haben. Und jetzt die Augen schließen. Alle beide. Aber ich habe Angst. Alles wird gut. So ist recht. Ich bin so froh. Es ist furchtbar, dass du meinen Wegen leiden musstest. Das ist nicht ihre Schuld. Nur dank ihnen kann ich sehen. Das zu hören ist mehr, als ich mir jede Hoff hatte. Aber ihr zwei seid hier die wahren Helden. Danke, danke, danke. Jetzt können sich hoffentlich mal wieder alle ausruhen. Geht es? Kann man die Hornhaut von einem erwachsenen Menschen so einfach auf ein Kind transplantieren? Jetzt wo ich so drüber nachdenke, wachsen Augen? Oder wahrscheinlich wachsen Augen schon noch. Weil ich meine, Kinder haben riesige Köpfe und sehr große Augen im Verhältnis. Mein Gedanke war gerade, ob nicht vielleicht Kinder mit den gleich großen Augen geboren werden, die sie dann als Erwachsene auch haben. Aber ich glaube, das geht sich nicht aus. Babyaugen sind definitiv kleiner als Erwachsenenaugen, oder? Insofern wachsen Augen. Insofern dürfte ein Kinderaugapfel kleiner sein als ein Erwachsenenaugapfel. Aber vielleicht nehmen wir halt dann nur ein bisschen was von der Hornhaut. Was weiß ich, wie so eine Hornhauttransplantation überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Die Dimitrescu ist noch sauer wegen der Sache, die in Village passiert ist. Wahrscheinlich. Zum Glück hat sie hier keine Drachen vor. Ach so, warte. Da kommt wirklich ein Aufzug. Cool. Erster Stock. Als Deutscher sucht man immer das Erdgeschoss, ne? Wenn man raus will. Es gibt kein Erdgeschoss. Wir sind hier gefangen. Na dann. Hätten wir das auch gemacht. Wir haben wohl das Monster besiegt, das das Krankenhaus reingesucht hat. Endlich ist es drin wieder sicher. Danke. Ich finde diese Nebenquests wirklich nett. Die sind jetzt bei weitem nicht auf, sagen wir mal, Witcher-Niveau oder so. Aber die geben sich Mühe, dass die um ihre Monster wirklich dann auch Geschichten erzählen. Dass die dann wirklich teilweise einzelne Gegner in Szene setzen und sowas. Und da eben so Storys mit denen verknüpfen. Es ist wie gesagt, ich finde es nett. Ich finde es nicht absolut super, genial, aber wirklich sehr, sehr nett. Und das ist, das ist, das ist viel wert. Ich bin da auch kritisch, was das angeht. Also, wenn ich da so an die meisten Assassin's Creed Valhalla-Nieben-Quests denke. Die sind halt meiner Meinung nach eher stinklangweilig und unnötig. Da ist nett dann schon echt gut. Ich sag das schon knallhart, wenn ich was nicht gut finde. Insofern ist nett wirklich nett. Und mich nicht der kleine Bruder von Scheiße. Ist irgendwie viel entspannter ohne die ganzen Menschenmassen. Wow, dein Ernst, K.K.? Ups, da hab ich wohl laut gedacht. Ja, aber er hat doch recht. Wenn jetzt die Autos noch anständig parken würden. Dieser Ort sieht fast noch genauso aus wie früher. Kannst du mal aufhören, ständig von früher zu reden? Hey, hab mal Respekt vor dir, Meister. Ah, es kommt da rein. Okay, ich hab's geahnt. Äh. Ich bin schnell. Okay. Okay. Ich wollte noch schnell gucken. Ich hab doch irgendwo vorher was gesehen. Irgendwo hab ich irgendwann mal irgendwas gesehen. Ich kann mich genau erinnern. Halt dich fest. Halt dich fest. Die sind überall wahllos in der Stadt verteilt. Das wäre absolut unrealistisch. Das wäre absolut unrealistisch, die alle zu sammeln. Ja, und während ich das sage, weiß ich natürlich, dass es jetzt schon tausende von Menschen gibt, die genau das gemacht haben. Selbst wenn man ist, wenn man nicht doch noch irgendwie ein Geister Suchgerät kriegt oder sowas. Aber trotzdem ist es total wahnsinnig. Mein Elden Ring wurde auch schon mit dem Donkey Konga-Trommel-Controller durchgespielt. Oder was hab ich gesehen? Ich glaub, der beste Controller mit dem Elden Ring schon durchgespielt wurde, waren irgendwie 17 Bananen oder sowas. Ich glaub wirklich, es waren Bananen. Da hat jemand wirklich quasi 17 Bananen über so Neuronen irgendwie zusammengesteckt. Keine Ahnung, und wenn der die Bananen berührt hat, dann ist da eine Spannung entstanden. Und so hat der die Tasten von seinem Controller quasi auf die 17 Bananen gelegt. Und dann hat der Elden Ring mit dem Bananen durchgespielt. Das ist schon ziemlich cool, oder? Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ich mein, da muss man sich auch beeilen. Wer weiß, wie lange das funktioniert. Wenn die Bananen schlecht werden, leiten die dann noch wahrscheinlich sogar besser, oder? Ich will meine Mami nicht finden. Wo ist sie hin? Mami! Wo bist du? Was ist los? Meine Mami ist weg. Beim Einkaufen war sie plötzlich weg. Sie wurden wohl voneinander getrennt. Wenn sie in der Nähe hier einkaufen wollen, vielleicht am Bahnhof. Es ist okay. Wir werden deine Mama schon finden. Warte hier. Das war sogar richtig nett. Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Okay, finde die Mutter. Ach, da waren wir schon. Okay. Da oben irgendwo. Da, wo wir hergekommen sind. Wieder zurück. Na, dann schauen wir mal. Dann haben wir. Jetzt geht's. Ja, das ist gut. Okay, wir wollen Ihnen helfen. Risa, ist das Ihre Tochter? Ja, ich habe sie nur kurz aus den Augen verloren. Dann war ich wie versteinert. Ich sollte mich nicht bewegen. Mami! Risa, Gott sei Dank. Hey, haben wir dir nicht gesagt, du sollst warten? Sie konnte wohl nicht mehr warten. Aber hey, Ende gut, alles gut. Vielen Dank euch beiden. Für alles. Na, das war mal ziemlich... Ich habe eine Frage. Bist du nur nett zu den Kindern hier, weil man das als Polizist so macht? So an der Art. Ich wollte sie doch nicht einfach dort zurücklassen. Was heißt hier nett sein? Ich mache nur meinen Job. Outfit-Offizier. Wahrscheinlich meinen die damit einen Officer, oder? Also einen Polizisten. Wenn die hier Offizier schreiben. Ja, genau. Unser Offiziers-Outfit. KKs erste Sprosse auf der Karriereleiter. Hat aber keine besonderen Fähigkeiten, oder sowas. Ich ziehe es trotzdem mal an, weil es neu ist. Warum denn nicht? Wollen wir mal Fähigkeitspunkte ausgeben? Ich würde gern länger fliegen können, finde ich gut. Aber ehrlich gesagt, werde ich jetzt am Anfang alles in Waffenfähigkeiten stecken. Ja. Verringert die Aufladezeit für geladene Angriffe mit ätherisches Weben. Das ist unbedingt... ...unbedingt das, was ich haben will. Und als nächstes erhöhen wir noch die Anzahl der zielsuchenden Wirbelstöße. Und dann ist unser Windangriff auf Maximum. Aber das machen wir erst in 20 Fähigkeitspunkten. So, wo sind wir? Wo ist das nächste Missionsziel? Gibt es noch Nebenmissionen? Da unten ist noch eine. Ja, okay. Machen wir auch noch. Und dann ist es eh ein ziemlich weiter Weg zur nächsten Hauptmission. Da müssen wir uns, glaube ich, erst an ziemlich vielen Portalen so entlanghangeln. Bis wir da hinkommen. Naja. Gut, fangen wir erstmal mit der an. ... ... Amir, es ist hier. Ah! Nach euch habe ich gesucht. Hier waren wir sogar schon mal. Damit wir ein bisschen über die Dächer gleiten können. Damit wird das nix. Bei über den Dächern gibt es wahrscheinlich noch einiges zu entdecken, was wir auf dem Weg mitnehmen können. Wie zum Beispiel die da drüben. Ja, so viel Reichweite hat mein Wind nicht. Geronimo! Oh, ich kann noch nicht mehr. Der ist schon gut, oder? Ich stürze mich, Kamikaze, auf die Gegner und der Kampf bricht aus. Hoa, 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 Schuss, Schuss. Und irgendwann, nach zwei Minuten Kampf, sagt er, okay, mach dich bereit. Nein, nicht auf die Geister schießen. Einsaugen, bitte. Naja. Ne. Wegen so ein paar Töpfen mit Gold. Müssen wir da jetzt nicht hin. Fallen wir nur runter. Ach, da unten ist es schon. Und, uh, eine große Katze mit Gold. Reichtum. Na dann runter mit uns, würde ich sagen. Warum passiert das, Eva? Alle weg. Meine gesamte Belegschaft. Alle weg. Könnte meine Firma verflucht sein. Haben Sie denn eine Vermutung, was hier los ist? Nein, keine Ahnung. Ich habe mich so sehr um meine Arbeiter gekümmert. Dann ist es Zeit für einen Besuch. Ich frage mich, ob meine Firma wirklich verflucht ist. Verflucht. Schauen wir mal, ob seine Firma verflucht ist. Ich meine, jetzt als Geist ist es wahrscheinlich auch egal. Andererseits ist ja der Plan, dass wir allen ihre Körper wiedergeben, ne? Ja, warte, ich brauche ein bisschen Munition. Oh, wartet mal. Was ist das denn? Da sollte ich vielleicht hingehen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Fähigkeitsschrein. Das könnte ziemlich wertvoll sein. Wenn ich das jetzt schon hier so sehe, gehen wir da mal schnell ums Haus rum. Was ist das denn? Was ist das denn? Hurra! Maximale Feuerkapazität erhöht. Sehr gut. Das war knapp. Die hat sich gerade umgedreht. Dammit. Ah, die Seifenblasen-Girls sind schon super nervig. Ja, hallo? Wo geht das nicht? Ich kann wirklich... Ich weiß nicht, was los ist. Ah! Aha! Wenn ich X drücke, dann macht KK diese Zeichen für uns. Dann muss ich die nicht machen. Okay. Ich meine, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht super scharf auf dieses Zeichen machen. Insofern kann das von mir gern KK übernehmen. Das ist eine nützliche Funktion. Aber ich konnte gerade wirklich meine Hand nicht bewegen. Ich weiß nicht, was los war. Aber wurscht. Hauptsache, es hat funktioniert. Da oben sind Geister. Da gehe ich hin. Die habe ich beim letzten Mal, als wir hier waren, vergessen. Da komme ich nie wieder vorbei sonst. Die nehmen wir mit. Oh, ich dachte, da können wir stehen, ey. Ich habe mich voll verschätzt. Okay. Das könnte auch funktionieren, um hochzukommen. Ich höre schon wieder Geister überall. Ich habe gerade gar keinen Bock auf Kämpfen. Ich wollte doch nur diese paar schwebenden Geister mitnehmen. Aber wo sind die denn jetzt? Ich war doch gerade noch hier ganz nahe. Ich habe mir gedacht, da muss ich nur schnell hingehen und die nehmen. Das gibt es doch nicht. Ich habe die von hier aus gesehen. Hä? Ach, über mir noch ein Stockwerk. Na, okay. Da sind sie. Ob ich ein Medium bin? Also in dem Spiel sind wir ein Besessener im Grunde. Von einem Geist besessen. Und deswegen haben wir so Geister-Superkräfte. Aber in Wirklichkeit bin ich natürlich schon ein Medium. Das ist eine einzige Ruine. Mal sehen, ob wir herausfinden, warum. Buche im Büro nach Hinweisen auf das Verschwinden. Wow. Der ist neu. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich dachte, ich habe eine andere. Keine Munition mehr. Doch, passt schon. Nimm den Feuersperr. Gute Idee. Der hat wenigstens ein bisschen... Der fühlt sich gut an. Mit dem Feuersperrkämpfen macht Spaß. Schade, dass ich nur so wenig Munition für das Ding habe. Das gefällt mir. Also, die Story ist im Grunde, dass ein seltsamer Nebel kam und alle Körper aufgelöst hat im Grunde. Und jetzt sind hier diese anderen, diese Slenderman und Co. Und die sammeln quasi die übrig gebliebenen Geister der verschwundenen Bevölkerung. Und ich bin so ziemlich der einzige Mensch, der übrig geblieben ist. Weil in mir eben dieser Geist ist. So viel wir wissen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Punkt. Weil meine Schwester, die hat es auch überlebt. Aber die wurde entführt von irgendwelchen mysteriösen Maskierten. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Und dieser KK, dieser Geist, der Besitz von mir ergriffen hat, war anscheinend schon immer irgendwie so ein übernatürlicher Geisterjägerkerl. Also, schon bevor der zum Geist wurde, hatte der da so eine Verbindung zum Übernatürlichen. Aber der verrät mir auch nichts. Ach, das war schon einer von den drei Beweisen, die ich brauche. Was ist denn hier los? Der schreit nach einer Feuerbombe. Autsch. Oh, da kommt Verstärkung. Das Kapitel ist zu Ende. Frustriert wegen Beförderung. Obwohl ich noch jung bin, wurde ich zum Manager befördert. Wohl wegen des neuen Leistungsbeurteilungssystems. Aber... Aber wie soll ich die Leute managen, die alle älter sind als ich und mich nicht respektieren? Es fühlt sich an, als wolle jemand, dass ich versage. Es ist immer derselbe Trott, Kleiner. Hier sind irgendwo noch andere Besucher in der Nähe. Sonst würde ich nicht alles so durchdrehen. Ah, da unten. Wie komme ich denn runter? Muss ich da lang? War ich da schon? Bin ich von da gekommen? Essen! Nee, aber das ist gegenüber... Wer hat hier die ganzen Türmen wieder zugemacht? Genau, das ist gegenüber von der Großraumbeschwerde. Oder so. Das heißt, es würde wahrscheinlich schon eher in die Richtung irgendwo weitergehen. Aber hier nicht. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hier ist... Ein totes Ende. Naja, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht habe ich unten irgendwas übersehen. Dann gehen wir nochmal runter. Dann gehen wir nochmal runter. Ausfl tac. Aua. Ausfluity. Beschwerde? Überstundenregelung. Überstunden an bestimmten Tagen zu verbieten, ändert nichts an der Auftragslage. Die Kunden warten nicht auf den nächsten Werktag. Bezahlen Sie uns einfach die Überstunden, statt uns zu zwingen, zu Hause weiterzuarbeiten. Oh, da war gerade das Geräusch von Collectible. Sowas haben wir doch schon mal, oder? Die japanische Puppe, Puppenmädchen in traditioneller japanischer Kleidung. Ich dachte, genau das haben wir schon mal. Naja, wie dem auch sei. Diese Quest ist vorbei. Dann gehen wir. Tödelü. Verfluchtes, ähm, Unternehmen. Habt ihr rausgefunden, warum sie alle weg sind? Ja. Den Angestellten haben ihre neuen Idee nicht gefallen. Vielleicht hätten sie sich als Chef ein bisschen zurücknehmen sollen. Also hat ihnen mein Führungsstil nicht gefallen. Na gut, jetzt da ich es weiß, kann ich es ja in Zukunft besser machen. Ich schwöre, ich werde ein besserer Chef sein. Überarbeiten Sie sich nicht im Jenseits. Outfit, Lederschuhe mit Kappa. Was? Mit Kappe oder mit Kappa? Das hätten wir hinter uns. Muss ich mal schnell gucken, was wir da für Lederschuhe bekommen haben. Ah, hier, Lederschuhe mit Kappe. Nicht mehr Kappa. Was meint man denn mit Kappe? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Naja, wir sind jetzt Polizist. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. In ganz Japan gibt es nur Shiba Inus. Kein einzigen anderen Hund. Danke, das ist sehr nett. Bitteschön. Dafür buddel ich jetzt durch den Zement, durch den Tier. Und Grabgold aus. Cool. Aukeli, Aukeli. Dann sind wir mit Nebenquests soweit fertig. Ne, ne, die Hunde, denen ist nichts passiert. Den Hunden geht es gut. Die haben die Geisterattacke gut überstanden. Und die Katzen, die alten Katzen, die übernatürliche Superkräfte bekommen haben, die sind jetzt sogar die neuen Ladenbesitzer geworden. Weil wenn eine Katze sehr alt ist, dann kriegt die Superkräfte. Obviously. So wie die da. Leider. Achso, ich könnte die auch noch markieren. Die könnten wir schon auch suchen, die Schätze. Ich hätte eigentlich Bock drauf, die alle zu finden. Aber ich habe ja schon mal... Ich bin schon durchgedreht auf der Suche nach irgendeinem von den Dingern. Was ist denn das da eigentlich? Ein Tengu. Ja. Nee. Jetzt nicht. Vielleicht irgendwann. Aber jetzt nicht. Jetzt reinigen wir das Portal da oben. Und vergrößern die Map ein bisschen. Wer bist du denn gleich nochmal? Haben wir deine Quest nicht schon gemacht? Warum bist du hier noch? Und, habt ihr ihn gefunden? Ist eigentlich ziemlich nett, oder? Ich danke euch, dass ihr mir geglaubt habt. Ah ja. Haben wir den auch noch erlöst. Bin wohl zu weit gegangen. Oh nein. Das ist mein damit zu weit gegangen. Hier ist schon ein Stinkenebel. Das ist natürlich nicht gut, wenn es hier schon überall mievt. Ah, das ist mies. Jetzt sehe ich da oben Geister. Aber ich kann wahrscheinlich nicht hingehen. Das überledst du nicht! Ja, aber da ist... Da sind Geister, K.K. Da sind Geister im Nebel. Können wir die nicht retten vielleicht von hier? Ja, doch. Gut. Ja, ich finde, das ist ein sehr angenehmer Grusel. Ich mag das. Ich mache mir bei so Horrorspielen schnell mal in die Hose. Ich finde so richtige Horrorspiele schnell mal wirklich gruselig. Und dann wird es auch für mich unangenehm. Da muss ich so nach alle zwei Stunden eine Pause einlegen und sowas. Also auch bei dem neuen Resident Evil Remakes oder so. Musste ich ständig Pausen machen, damit es mir nicht zu krass wird. Acht konnte ich gut spielen. Aber das hier ist eher für mich so angenehmer Grusel. Das ist kein Horror. Das ist so eine coole, mystische, gruselige Welt. Aber das mag ich gerne. Okay, ich bin ganz nah am Portal. Ob ich da rüberfliegen kann? Ich denke, könnte funktionieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, leicht. Oh oh. Ein was? Du bist neu, oder? Die kennen wir doch nicht. Ah, gut. Geschafft. Ganz schön zäh. So, der Schrein ist gereinigt. Wir kriegen eine neue Gebetskette. Da, wo das Licht herkommt, muss der Waldpark sein. Kein Schimmer, was die da treiben. Aber wir sollten uns beeilen. Absolut. Absolut. Und ein paar Nebenquests, die auf dem Weg liegen. Aber dann ist das unsere oberste Priorität. Und vielleicht noch ganz viel Geister ansaugen. Ah, das ist nett. Das ist, finde ich, nett. Oh, wir haben wirklich neue Nebenquests. Das gefällt mir. Die machen wir. Nur zwei Stück. Easy peasy. Neuer Katzenhändler. Was ist denn das da? Bahn. Bannwürfel. Rette Geister. Ach so, sowas. Mhm, 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 mhm. Ja, gucken wir mal. Jetzt wollte ich schnell gucken zu den Ketten. Genau. Das habe ich mir gedacht. Das finde ich nämlich ganz cool. Weil man kann ja immer nur eine Kette ausrüsten. Und ich habe mir schon gedacht, so, ne, blöd irgendwie. Dann habe ich irgendwann 100 Ketten und keine davon ziehe ich jemals an. Das ist immer so eine blöde Progression für mich. Aber hier leveln die Ketten hoch. Wir haben jetzt einfach noch eine Schützenkette gefunden. Und jetzt ist unser Bogen einfach stärker, weil unsere Schützenkette jetzt auf Stufe 2 ist. Das gefällt mir. Außerdem sehe ich gerade, dass da Gebietskettenplätze eins von eins steht. Anscheinend schalte ich noch mehr frei. Irgendwann haben wir drei Gebietskettenplätze. Das finde ich gut. Mal sehen, wie nah wir rankommen. Oh, die fangen da unten schon an, die Sielenwürfel auszusaugen. Da müssen wir da mal kurz runter bewirklichen. Der Feuerspeer ist ganz schön cool. Meine Güte. Kommt ihre Verstärkung auf uns zu. Perf. Von der Leihau ne Be�b brutal ist. Ja. Ja, das ist ein W2. Ich bin ein W4. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, cool. Gut. Gut. Okay, cool. Hatten wir die gerettet. Aber man merkt, dass wir in einem neuen Gebiet sind, oder? Hier gibt's schon wieder überall Geister auf den Dächern und alles. Und ich hör überall gruseliges Monstergestöhne, so wie da unten. Ich hab' leider nicht mehr so viel Munition. Ich ess mal schnell einen Happen. Nehm' mal schnell Pfeil und Bogen zur Hand. Wir haben null Pfeile? Verdammt. Wo ist denn hier der nächste Laden? Ne, der wär' nicht weit von hier. Da gehen wir nachher hin. Aber ich glaub', mit dem werd' ich noch fertig. Aufgepasst. Ja. 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 Da-daa. Wir kommen nicht weiter, solange der Nebel da ist. Zieh dich um. Du musst irgendwo ein Tauri sein. Jetzt chill mal. Eins nach dem anderen. Die Regeln, an was sich unsere Hauptfigur festhalten kann und an was nicht, sind auch relativ willkürlich, hab' ich das Gefühl. Oh, wann bin ich denn hier reingestolpert? Kommendan zu reverse. Va Auf Das ist ein Fisch, das ist ein Fisch! Au! Au! Seit wann teleportieren die sich so viel? Sind die Slenderman miese Geisterausbeuter? Ja, so ein bisschen! Ich kenn die Motive von denen noch nicht genau. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Aber diese Besucher sammeln die Seelen von den Menschen aus irgendeinem Grund. Packen die in komische Würfel und teleportieren die weg. Aber warum? Weiß ich nicht. Wurde leider nicht informiert. Was es damit auf sich hat. Was es damit auf sich hat. Wurde! Wurde! Wir haben jetzt ziemlich viel Seelen in letzter Zeit gesammelt. Ich weiß unseren Stand gar nicht. Aber wir könnten ziemlich voll sein, oder? Machen wir weiter. Geben wir mal ab. Fast 4000 Zielen. Na dann. Hi Cypress, wie geht's? Mir geht's gut. Level 20. 10 Fertigkeitspunkte. Ich glaub wir brauchen 20, oder? Damit wir unseren Windangriff aufs Maximum boosten können. Das würde ich nämlich gern machen. Genau. So. Jetzt gehen wir erstmal shoppen. Ich versteh nicht ganz, was das für Dinger sind. Ist das die Seele von einem zerstörten Auto? War das mal das Auto von irgendwem, das jetzt in der Zwischenwelt gefangen ist? Oder ist das nur so eine Projektion eines Autos? Aber war nie ein wirkliches Auto. Wer weiß. Vielleicht hat jetzt irgendjemand sein Auto verloren. Aber wer keinen Körper mehr hat, braucht doch kein Auto mehr, oder? Dieser Tag hat die Waren. Die liebste, 2000%! Wir haben, wenn wir die Katze für uns haben. Und verkauft genau das gleiche wie alle anderen Katzen. Naja. Diese Talismane lenken Gegner durch Geräusche. Ach, ich kann hier neue Talisman-Varianten kaufen. Damit kann man sich vor Gegnern verstecken. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Ich kauf höchstens noch eine Gurke vielleicht, aber... Nee. Brauchen wir alles nicht. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach du Ärmster. Die Pfeile waren wichtig, dass wir die wieder haben. Alles andere ist Wurscht. Okay. Gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt Hübsches? Wir... Könnten... Ach ja. Die gibt's auch überall. Diese komischen... Ne? Das sind auch so Nebenmissionchen, wo man diese komischen Geister Papierstücke durch die Stadt jagen soll. Keine Ahnung. Ich mach die richtigen Nebenmissionen mit Story. Missliche Lage. Ein Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Hm. Klingt spannend. Ich glaub, das steht bei jeder Nebenmission, oder? Glaub, das steht bei jeder Nebenmission, oder? Ich würde gern auf dieses Hausdach klettern. Jetzt halt dich doch fest. Wirklich, oder? Die Regeln, an was der sich festhält und an was nicht, sind so willkürlich, ey. Das ist ein bisschen nervig. Ah! Das geht. Ah! Ah! Ich hätt... Ich hätt' ich jetzt nicht gedacht. Sehr gut. Hätt' ich nicht gedacht. In den Läden, an denen man vorbeiläuft, läuft manchmal Musik. Und wenn da so eine Frauenstimme singt oder so, meine ich immer, dass irgendwelche Monster in der Nähe sind. Das hätten wir hinter uns. Aber das war jetzt wirklich Monster-Geräusch. Hey! Ich glaub, die Stelle kenne ich aus den ersten Gameplay-Trailern, die man gesehen hat. Genau hier. Diese beiden Schulkinder und Geister. Jaja. Kommt mir bekannt vor. Du strotzt förmlich vor Kraft. Naja. Damit kannst du sicher ein paar neue Fertigkeiten lernen. Ja. Übertreib mal nicht. Ich kann höchstens eine und keine sehr gute lernen. eines Gäberes. Ich kann höchstens eine und keine. Ich kann höchstens... ...ich guckstens... ...ich guckstens... Okay. Ist das ein Telefon? Ich hab's auch gehört. Wo denn? Das kommt aus der Telefonzelle. Moment, ich komm sofort. Ah, Mist. Ich nutze jetzt deinen Körper. Ich hab eher japanische Musik als monströse Klänge bezeichnet. Was? Ah, sorry. Dich meine ich gar nicht. Ich meinte deinen Kumpel da. Renko, du hast es wohl auch nicht unter die Erde geschafft, hm? Schamant wie eh und je. Du hast dich kein bisschen verändert. Egal, der Nebel kommt jedenfalls aus dem Sengoku Center Building. Ach. Hm, wie nett von dir. Spar dir das. Geht schon. Den Vault-Anzug, das ist einfach nur ein Easter Egg. Es gibt in dem Spiel viele Outfits für die Hauptfigur. Ich find's immer komisch, in nem First-Person-Spiel so viele Outfits zu machen. Weil, ehrlich gesagt, wann sieht man den? Außer in den wenigen Cutscenes, die es gibt. Aber hier gibt's eben so ganze Outfits. Unter anderem so ein Ninja-Kostüm. Und so ein Polizeikostüm. Und es gibt eben auch den Vault-Dweller Fallout 4, Vault 111-Anzug. Die treibt mich noch in den Wahnsinn. Einfach ein Easter Egg. Nichts als Ärger hat man mit der. Ist das wirklich so abwegig, dass sie uns hilft? Ja, ist es. Aber man könnte es ja quasi, damit es die... das Spielgefühl und die Lore nicht bricht, als Cosplay bezeichnen. Warum nicht? So, Moment mal. Das bimmelnde Telefon hat mich jetzt ganz davon abgebracht, genau, dass ich eigentlich die Nebenmission da oben machen wollte. Was war das mit der Toilette? Die Toilette im Park ist immer besetzt. Es... Es gibt nur eine Kabine. Und da ist irgendjemand drin und macht diese Aachen-Geräusche. Wir sollten es uns ansehen. Könnte ein Phantom sein. Toll. Eine öffentliche Toilette. Wie glamourös. Hau rein, Kumpel. Guten Appetit, lieber Shiba Inu. War schön langsam. Ey. Moment. Hund. Ich dachte, da stand gerade Akita. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Klo Papier. Wahrscheinlich braucht der Geist nur Klo Papier und dann kommt er raus. Klo Papier. Ich brauche Klo Papier. Äh, das scheint hier eher ein natürliches Phänomen zu sein. Ah. Ah. Tut mir leid. Hättet ihr noch eine Rolle? Komm schon. Wie viele Rollen brauchst du denn noch? Er braucht halt, was er braucht, Mann. Gib sie ihm einfach. Ich glaube, wir haben keine Rolle mehr, oder? Klo Papier. Klo Papier. Ich brauche. Ha. Das könnte eine Klo Papier Rolle sein, oder? Schauen wir gleich mal gegenüber. Ach so, ja. Braves Hundchen. Aber warum winchelst du so, wenn ich dich streichle? Hau rein, Kumpel. Such Klo Papier, bitte. Mach schön langsam. Ach, Akito stand da, weil unsere Hauptfigur Akito heißt. Okay, jetzt verstehe ich. Diese Hunde immer mit ihrem Geheimgeld speichern. Man kennt es. Da schauen wir mal, ob wir hier Klopapier finden für unser Phantom der Toilette. Ah. Frisches, sauberes Klopapier. Jetzt müsste ich echt wirklich fast nochmal den Vault-Anzug anziehen, oder? Das erinnert mich gerade sehr an mein Fallout 4 Let's Play. Die Jagd nach den wertvollen Toilettenpapierrollen, weil das war mein Geheimer Plan, der geheime Plan meiner Hauptfigur. Alles noch wertvolle, noch intakte Klopapier im Ödland einsammeln und zum einzigen Klopapierhändler werden. Ein Klopapiermonopol im Ödland aufbauen. Unendlicher Reichtum. Damals war das noch ein Witz. Aber dann, zum Anfang der Pandemie, wurde es plötzlich Realität. Selbst meine schlechten Witze sind nicht schlecht genug, dass die Realität sie nicht kopiert. Wie soll man da nicht zum Zyniker werden? So, ich habe Klopapier für dich. Klopapier. Ich brauche Klopapier. Ich glaube, da ist Blut. So, genug abgewischt. Oh, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich weiterziehen. Ist bestimmt nicht leicht, unter diesen Umständen. Ich kann's verstehen. Wäre vermeidbar gewesen, wenn er vorher einen Blick in die Kabine geworfen hätte. Da hängt sogar Klopapier. Na, vielleicht ist es die neue Rolle. Von der zweiten Rolle braucht er wahrscheinlich nicht mehr viel. Jetzt, ich finde das schon lustig, ne? Man sagt ja immer, dass Geister noch so ihre, eine Sache auf Erden erledigen müssen, bevor sie ins Jenseits können. Und seine Sache, die er noch erledigen muss, war, dass er noch mal ganz dringend aufs Klo musste. Und jetzt kann er endlich ins Jenseits. Danke. Die Kabine ist endlich frei. Ist jetzt alles geklärt? Dann kannst du ja weiterziehen, oder? Na klar, du hast recht. Ach, aber ich wollte aufs Klo gehen. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Okay, das war eine nette Nebenmission, oder? Da ist ein neuer Katzenhändler. Da gehen wir auch mal hin. Irgendwie haben sie es auch. Ich finde wirklich in dem Spiel, die haben es einfach mit allem übertrieben. Diese Geister, die es überall zusammen gibt, übertrieben. Überall sind diese Hunde, die man streicheln und füttern kann, und dann graben die ein bisschen Gold aus. Aber überall, es ist zu viel des Guten. Ah, und da ist schon wieder eine, eine Geister-Attacke im Gange, die ich retten muss. Wir kommen wohl gerade unten. Da kommt ihre Verstärkung auf uns zu. Ah, perfekt. Welcher Würfel denn? Ja, da, ja, da ist recht. Hallo, wir haben sie geheilt. Ah, gut. Ich würde gerne nur noch mit dem Feuersperr kämpfen. Wäre das möglich? Wahrscheinlich brauchte ich nur das richtige Konsolenkommando. Beware Oblivion. Oder so. Ich höre doch irgendwie so einen Kobold krächzen. Wo denn? Da. Schaffen wir uns mal einen Überblick. Ah, da will ich hin. Okay. Da ist der Händler, nicht weit von hier. Da kann ich von hier über die Straße fliegen, dann sind wir gleich da. Da ist dann gleich eine Nebenmission in der Nähe. Perfekt. Und es waren eh nur zwei neue Nebenmissionen. Da ist dann schon unsere Hauptmission. Das ist super. Das liegt alles gut auf dem Weg. Aber ich möchte zu den Geistern erst da drüben, natürlich. Wo ist die Katze da? Ah ja, warte mal. Ah, ja, okay. 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 So, da lang. Jetzt da lang. Oh. Dammit. Ach, die Feuersperre. Die sind cool. Die sind nicht nur cool, weil sie so mächtig sind, sondern die haben auch ein schönes Treffer-Feedback einfach. Das fühlt sich auch gut an. Die Windponöpel machen halt gar nichts irgendwie. Vom Feeling her. Trotzdem werde ich die jetzt wahrscheinlich aufladen, weil ich für die halt meistens Munition habe. Auch das Wasser finde ich sehr schwach. Die Speere durchschlagen Gegner. Das finde ich ehrlich gesagt langweilig. Angriffe mit Feuerweben durchschlagen mehrere Gegner. Sowie Gegenstände wie Schirme und Schilde. Ja, ich meine, keine Ahnung. Jetzt machen wir den Wind mal auf Maximum. So. Jetzt sind wir offiziell in einem meisterlicher Windbeutel, würde ich sagen. Gut. An die Arbeit. Ach, guck. Zwei Sachen haben wir sogar schon für ihn. Noch ganz viele andere to go. K.K.'s Aufzeichnungen für 100.000 kann ich mir jetzt endlich leisten. Kaufe ich jetzt mal. Außerdem neues Emote, eine neue Musik, ein moderner Mantel und eine Anzughose. Ich weiß wirklich nicht. Der Kult des Flattern des Tuches. Ein von K.K. verfasster Bericht über ein flatterndes Tuch. Es wird dir zusätzliche Fertigkeitspunkte für Geisterkräfte gewähren. Na dann. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach, du Ärmster. Ich finde, wenn die der Hauptfigur schon die Stimme von Son Goku geben, hätten die dem Geist die Stimme von Vegeta geben müssen. Ah, schon wieder? Oder Piccolo. Das wäre, finde ich, richtig cool gewesen. Aber nicht die Spongebob-Stimme, die er in der ersten Folge hat. Oh oh, keine Munition mehr. Was machst du denn mit dir? Au. Was ist denn mit dir? Ja. Oh, meine Geistertaschen sind schon voll. Oh nein, und die nächste Telefonzelle ist sonst wo. Oh, das ist ja doof. Hier muss ich nochmal herkommen. Hier sind so viele Geister, Mensch. Das ist auch wieder so eine Mechanik. Die finde ich schon zweifelhaft. Irgendwie. Ob das überhaupt so eine gute Idee ist. Dass die da so ein Limit an Geister, die man gleichzeitig mit sich rumtragen können, einführen und so. Ich weiß ja nicht, ob das nicht einfach nur nervig ist. Aber man hat halt wieder eine einfache Progressionsmechanik mit drin. Weil das Upgraden dieser maximalen Zettel quasi ja eine Progression ist, die man sich freikaufen kann. Aber ich mag das immer nicht, wenn die in Spiele was Nerviges einbauen und dann sagen, ja, aber du kannst es ja quasi dir wegkaufen. Die sollen coole Sachen als Belohnungen einbauen für Upgrades, für Progression und nicht einfach nur nervige Sachen reduzieren. Wenn es Minispiele sind, die man dann irgendwie vereinfacht oder wegmacht, sobald sie langweilig werden, ist das nochmal was anderes. Aber wenn man einfach nur so eine künstliche Limitation schafft und die halt dann erweitert, das finde ich einfach immer nicht so motivierend. Das könnte man, finde ich, schöner machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte da hingehen, aber auf dem Weg dahin waren doch irgendwie noch ganz viele Geister. Ich werde die nie wieder finden, weil ich keine Orientierung habe. Außer wir stolpern jetzt zufällig drüber. Hurra! Du bist in Sicherheit. So, da oben war noch irgendwo einer. Ah, ob wir da hinkommen. Nee. Aber von da oben, glaube ich, ging es ganz gut. Aber erst holen wir uns die dann noch. Wo seid ihr Menschen überhaupt alle hin? Bei all der Aufregung, wenn ich etwas ruhe, wenn ich Futter habe. Na dann. Na. Ich möchte auf dieses Dach. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wartet mal. Moment. Die essen wir gleich. Mir fehlt ein bisschen Lebensenergie. Das ist perfekt. Dann mampfen wir diese Geisterdreiecke einmal. Ne, eigentlich nur einmal essen. Ist egal. Wir nehmen uns gleich wieder eins davon mit. Kostenlose Heilung und maximale Lebensenergieerhöhung. Was will man mehr? So, na also. Zu Regen hat es auch aufgehört. Das finde ich schön. Der Regen irritiert mich. Ohne Witz. Wenn es regnet, verschwimmt mir die Optik so. Und ich sehe irgendwie fast überhaupt nichts mehr. Alles ist grauer Asphalt und spiegelt mit dem Raytracing eh schon wie verrückt. Dann regnet es auch noch. Alles ist verschwommen und verwaschen. Ich bin kein Fan von dem ständigen Regen. Ab und zu ist ja nett, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Wie lange ich heute mache. Also da heute der erste Stream des Monats ist und ziemlich viel letzten Monat an Spenden zusammengekommen sind, was übrigens super cool ist. Dankeschön an alle, die das sehen und sich da beteiligt haben. Ähm, geht es heute ein bisschen länger auf jeden Fall. Äh, da schauen wir auch mal. Unter der Woche ist das immer so eine Sache, wenn es dann super spät wird. Aber eigentlich würde es schon... Lass mich kurz überlegen. Eigentlich würde es schon bis zwölf gehen. Ja, doch, bis zwölf. Was soll ich bloß mit meinem Kirschblüten tun? Seht ihr? Seht ihr? Das eine Rot blüht. Noch nie habe ich einen Kirschblütenbaum wie diesen gesehen. Und die Jahreszeit stimmt auch nicht. Der Rote war eigentlich mal ein normaler Kirschbaum. Aber dann fing er an, das ganze Jahr rot zu blühen. Und seitdem blühen die anderen überhaupt nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Wie konnte das nur passieren? Vielleicht wurde er rot, weil er Blut absorbiert hat. Meinst du, weil eine Leiche unter ihm vergraben wurde? Ja, und die Verbitterung dieser Leiche muss den Baum verderbt haben. Die anderen werden nicht blühen können, bevor er gereinigt ist. Ich brauche Hilfe. Es muss einen Weg geben, meine Kirschblüten zu retten. Es ist fast ein bisschen wie Deadly Premonition. Naja, klar, dass die kommen. Naja, klar, dass die Leiche ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So macht man das Ein normaler Gärtner kann hier kaum was unternehmen Lass uns den Baum reinigen Ah, achso Er ist aber immer noch rot Wow Sie sind in voller Blüte Das war echt gut So Da wird sich der Geistergärtner freuen Jetzt kann er vielleicht in sie jenseits Meine Blüten zu sehen Bereitet mir solch eine Freude Ja, sie sind echt schön So ist es Ich hoffe, sie bleiben so Für immer Danke, dass ich das sehen durfte Also ich sag's dir nur ungern Geisterfreund Aber die werden ziemlich sicher nicht für immer so bleiben Was ist das überhaupt für ein seltsamer Also ich meine Aber, okay Hauptsache er hat seinen Frieden gefunden Ich lese gerade, dass es Probleme mit der Verbindung gibt Ähm Und dass Der Stream nicht mehr ordentlich läuft Oder so Was sagt der Chat? Passt bei euch alles? Muss mal ganz kurz Ich guck mal selber schnell auf Twitch Was da los ist Mir zeigt's hier an Dass alles passt eigentlich Perfekt Aber das muss nix heißen Die Erfahrung hab ich schon öfter gemacht Kann sein Dass unser Internet einfach grad ziemlich im Eimer ist Weil ich hab grad auch mit dem Tablet hier Probleme Überhaupt irgendwas Zu sehen Ja, wenn Kabel Deutschland nicht mitspielt Ne Vodafone Dann Ist es natürlich was anderes Dann machen wir heute vielleicht doch nicht bis zwölf Aber jetzt machen wir dann mal weiter Ne, aber ey Ohne Witz Verdammt Ich kann nicht mal normale Seiten öffnen Sieht mich überhaupt noch irgendjemand? Hallo? Ist da noch jemand? Tja Also auf YouTube Wenn ihr das jetzt seht Dann ist es dann keine Sorge Die Aufnahmen mache ich immer separat von den Streams Das ist nicht von der Streamqualität abhängig Mir sagt eigentlich hier mein Programm Dass alles passt Aber das Internet ist bei uns grad wirklich Sia im Eimer Deswegen würd's mich nicht wundern Wenn's ein bisschen laggt oder so Jetzt im Stream Aber ihr könnt alles auf YouTube nachholen Jetzt machen wir mal noch weiter Auf jeden Fall Und dann Fängt sich's hoffentlich wieder Okay Okay Unsere nächste Hauptmission ist hier Dann machen wir da mal weiter Und dann gehen wir da mal weiter Okay Okay So Maximale Windpumission erhöhnt. Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Polizeiposten. Habe ich immer gehasst. Hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Zwischen den Welten ist schwarz. Eure Stärke durchbricht einst unerschütterliche Mauern und hilft der Welt, sich durch die Welt zu schütteln. Sieht das schon wieder los? Ich bin so stolz. Ich bin so stolz. Ich bin so stolz. Hundefutter. Ich habe so viel Hundefutter. Ich habe ganz am Anfang des Spiels irgendwie eine Milliarde Päckchen gekauft. Ich brauche nie wieder Hundefutter kaufen, glaube ich. Was? Da komme ich nicht durch? Wegen der Fahne da oben oder was? Ah, ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Wir sind da. Geister hochladen zwischendurch. Warum denn nicht? Ich glaube, ich speichere lieber mal schnell. Das Spiel speichert bestimmt automatisch öfter, ne? Aber kann er nicht schaffen. Stufenaufstieg. Das hätten wir hinter uns. Geister einsaugung. Okay, so kommen wir nicht rein. Dann wird uns wahrscheinlich der laut schreiende Vogel da oben helfen. Okay, so kommen wir nicht rein. Das ist auch so eine Sache. Ich bin... Was ist das? Was ist das? Ich bin mit dem Spiel recht kritisch immer. Weil es hat viele Designentscheidungen, die ich nicht gut finde, auch wenn ich es insgesamt sehr sympathisch finde und sehr mag. Aber das ist auch so eine Sache, dass die Geister immer um irgendwelche wichtigen Punkte herum platziert sind, aber nicht dahin führen. Man hätte diese Geister auch sinnvoller, strategischer platzieren können, um die Spieler und Spielerinnen zu leiten und denen zu sagen, hier, guck mal dahin. Da, ne, der Geist zeigt dir den Weg so ungefähr. Oder wenn du den Geistern folgst, kommst du automatisch dahin, wo du hin sollst. Ähm, aber das macht das Spiel auch nicht wirklich. Jetzt gerade hat uns das tatsächlich zu diesem Kamm hier geführt. Okay, fair enough. Aber ansonsten führen die Geister eigentlich immer weg und sind eine Ablenkung. Und das hätte man ein bisschen schöner platzieren können, finde ich. Aber gut, ist in so einer offenen Welt immer schwierig, natürlich. Schild-Patt-Kamm. Na dann. Kamm aus Schild-Patt. Der für eine junge Frau gefertigt wurde. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, ich dachte schon, wir schaffen es nicht mehr. Aber muss ich hier überhaupt hin? Nicht so richtig. Irgendwie, ich weiß nicht genau, wo unser Zielhaus eigentlich ist. Die Leiter da vielleicht? Das könnte sein. Nein, auch nicht. Ich bin schon wieder dran vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, was unser Ziel eigentlich hier ist. Unser Ziel ist mitten auf der Straße. Aber ich soll doch in ein Haus rein. Ich weiß nicht, in welches Haus. Vielleicht sind die Dächer auch einfach nicht des Rätsels Lösung. Vielleicht ist das das Problem. Oh, Todesnebel. Verdammt nochmal, bin ich schon so an der Grenze, tatsächlich? Ja, aber die, die holen wir uns noch. Na gut, ich bin hier schon irgendwie am Ende der Welt angekommen. Nicht, dass ich jetzt schon wieder in den Todesnebel fliege, oder? Das ist schon wieder gefährlich nah dran. Oh Mann, ey. Überall ist dieser Nebel hier. Ja, okay. Es ist ja schon gut. Okay, ich habe unser Hauptziel komplett aus den Augen verloren. Okay, ich habe das. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Hier soll ich her, aber dann geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht rein. Ah, was bist du denn? Ja, was bist du denn wirklich? Ah, Sinko ist in der Nähe. Ein Ehrlicht. Doch, ich sehe den Chat noch, aber ich habe das Gefühl, die Verzögerung ist gerade extrem von mir zu euch. Ich glaube, da liegen gut fünf bis zehn Minuten zwischen uns. Auf einmal, ich war zufällig gerade oben, weil ich mir das schon gedacht habe. Herrgott, noch mal. Okay, Geister wegschicken. Wartet mal ganz kurz. Ich schreibe mal schnell was in den Chat, weil ich glaube, die Verzögerung ist echt krass. Hahaha. Der Stream macht gruselige Sachen. Aber es sieht bei mir alles gut aus eigentlich. komisch, komisch, komisch. Naja. Naja. Jetzt zogen wir trotzdem mal den Eingang hier in das Gebäude. Wenn mir das Spiel nur irgendwie noch einen Tipp geben könnte, wo ich hin muss. Oh. Ah. Da müssen noch mehr von Ihnen sein. Ah, die Tür da wirkt komisch beleuchtet. Das muss nichts heißen. Aber könnte ein... Hier sollten wir reinkommen. Ganz genau. Könnte ein Fall von Spielerführung sein. Sehr gut. Ah. Rinko muss hier irgendwo sein. Geh einfach weiter nach unten. Ein Fahrstuhl. Scheint defekt zu sein. Mehr Klopapier. Wollen wir das nicht mitnehmen für zukünftige Geisterbegegnungen? Scheinbar müssen Geister auch mal aufs Klo. Offensichtlich. Hier ist hier wirklich gar nichts. Ah, doch, da ist irgendwas. Was ist los? Ist es kaputt? Vielleicht kann man es irgendwie trotzdem öffnen. Memo. Rolltore. Das Sicherheitsbüro im dritten Stock war nicht in der Lage, den Grund für die Funktionsstörung der Rolltore zu finden. Hey, Fibo. Dankeschön fürs Followen. Freut mich sehr. Ja, leider haben wir hier scheinbar gerade ein bisschen technische Probleme mit dem Stream. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Ich glaube, mein Internetanbieter ist schuld. Aber ich hoffe, es funktioniert alles einigermaßen. Oder pendelt sich zumindest bald wieder ein. Genau, ein Fast-Livestream. Ja, wie halt im US-Fernsehen live gesendet wird mit so einer Viertelstunde Verzögerung, dass man alles noch rausschneiden und piepsen kann. Falls das Problem wieder auftritt, benutzen sie fürs Erste die Steuerkonsole zum Öffnen Öffnen der Tore. Öffnen. Hier ist auch alles dicht. Immer dem Kabel nach. Irgendwo ist eine Steuerkonsole. Was hatten die denn hier so für Bücher oder was das sind? Family Fantasy 1 bis weiß ich nicht. So, Moment. Okay, weiter geht's. Oh, wow. Die mögen hier anscheinend sehr die Filme White Fog, The Pig, Siberian Psycho und Zombie Bomb, weil die haben sie gleich fünfmal hier stehen. Warum nicht? Hm, ich sehe die Schwachstelle von dem Baum gerade nicht. Uh, jetzt wo ich diese Büroräume so sehe, ist hier nicht vor kurzem Stanley Parable Ultimate Edition erschienen? Stanley Parable fand ich schon sehr cool und Ultimate Edition hat ja zumindest ein bisschen neuen Content, oder? Genug, dass ich's mir nochmal kaufen sollte? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es landet im Game Pass irgendwann. Was ist das? Dann, dann sehr gerne. Reivertafel. Eine gerahmte Kallig... Kalligrafie der beiden Kenshi-Zeichen für Reiwa. Der Ära im japanischen Kalender, die 2019 begann. Was für eine eigenartige Wand. Mhm, das ist doch wieder so ein Tofu-Block, oder? Das ist das Wesen da. Der Raum war die ganze Zeit schon hier? So, so. Oh, hier haben sie Zombie Bomb und White Fork gleich noch fünfmal. Nicht schlecht. Wie sind wir hier reingegangen? Wie sind wir hier reingegangen? Puh, das war aufregend. Hey, ich glaube, du bist stark genug für eine neue Fertigkeit. Ich lasse dich entscheiden, was du lernen willst. Ach, heute. Ach, das ist ja witzig. Heute in acht und 41 Jahren fliegt Zephram Cochrane das erste Mal mit Warp-Antrieb. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das heißt aber auch, dass wir den dritten Weltkrieg erst noch vor uns haben. Na, das ist unangenehm, aber da müssen wir durch für den ersten Kontakt und das goldene Zeitalter für die Menschheit, das dann ansteht. Gut, ich habe das Tor sich öffnen hören. Rinko ist eine Etage unter uns. Auf nach unten. Glaubst du wirklich, dass dieser Nebel absichtlich erzeugt wird? Daran hat Rinko schon geforscht, bevor ich sie kannte. Wenn jemand Bescheid weiß, dann sie. Ich habe jede Orientierung verloren, Spiel. Du wirst mir sagen, wo es lang geht. Oh, was haben wir denn hier? Eine frisch gebackene Akte. Verschwundene von Maru Nochi. Ein von KK verfasster Bericht. Das ist sehr gut, dann kriegen wir Erfahrungspunkte, also Fähigkeitspunkte. Warum ist ein Bericht von KK hier in diesem Bürogebäude? Naja, warum nicht, oder? Whatever. Gucken wir mal kurz. Okay. Also, Feuerangriff stärker machen, dass er durch Gegner durchgeht. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Es gab schon Situationen, wo das geholfen hätte. Aber ich muss mal kurz die anderen Fähigkeiten, die wir haben, angucken. Weil was können wir denn hier gleich noch mal die Reichweite von diesem Geistertropfen erhöhen? Regeneriere LP, bla bla bla. Ich glaube, diese ganzen passiven Sachen, ich meine, es gibt ein paar nette Sachen, die würden uns die Kämpfe erleichtern, auf jeden Fall. Die Dauer der Kernschwächung erhöhen, zum Beispiel, nett. Gegnerische Kerne in der Nähe greifen und zerstören. Das geht schneller, als das rauszuzeln. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd und ist relativ günstig alles. Könnten wir alles jetzt lernen? Erhöht den Schaden, wenn Gegner auf dem Boden liegen. Ein Finisher, wenn Gegner auf dem Boden liegen. Auch das finde ich eigentlich nicht blöd. Tempo, das ist mir egal. Aber weißt du was, nehmen wir mal den auf dem Boden Lieg-Finisher und den Nahkampf-Finisher. Warum nicht? Haben wir immer noch 30 Punkte übrig. Schneller fliegen, weiter, beziehungsweise vor allem fliegen. Das fände ich schon sehr gut, muss ich sagen. Was gäbe es denn noch? Tengu? Moment. Rufe einen Tengu? Moment. Heißt das, ich könnte jederzeit überall mich hochspinnen, wie Spider-Man, weil ich einen Tengu beschwören kann? Das ist ziemlich cool. Aber das ist auch verdammt teuer, ey. Heiliger Bim Bam. Das ist sehr teuer. Die Dauer von Einklang erhöhen. Okay, nett. Schneller schleichen. Nö. Nö. Okay, nehmen wir erst mal weiter fliegen. Und jetzt schaue ich noch mal kurz, was es hier noch gibt bei Ausrüstung. Mehr Pfeile, Pfeilkapazität erhöhen. Fände ich auch interessant und könnten wir uns leisten. Schneller mit dem Bogen schießen. Ah, mehr Gebetsketten ausrüsten. Das machen wir doch, oder? Das ist nie verkehrt. Okay. Mehr Gebetsketten sind gut. Dann können wir hier gleich noch die Pfeilschusskette anlegen. Okay. Nutze es weise, Kleiner. Mache ich. Haben wir das schon gelesen? Sicherheitsbericht. Ich beobachte hier immer wieder seltsame Dinge. Aber nur an Tagen, an denen der zweite Stock Bauarbeiten äh nur an Tagen, an denen im zweiten Stock Bauarbeiten stattfinden. Mittlerweile streikt hier auch manchmal die Ausrüstung. Ich denke, das Problem muss irgendwie mit den Bauarbeiten zusammenhängen. Wir sind wieder am Anfang. Und das wollen wir nicht, oder? Wollen wir wieder am Anfang? Ich habe doch irgendwas... Da oben ist nichts. Wir müssen nach unten. Ah, gut. Danke, dass du es mir wenigstens sagst. Das ist nett. Ah, ja. Hier passt's. Das sieht gut aus. Das hätten wir hinter uns. Ups. Okay. Jetzt haben wir quasi eine Abkürzung geschaffen. Gehen wir mal aufs Klo. Die Toilettengeister. Was ist denn, wenn ich das Spiel durchspiele und wahrscheinlich nehme ich mal an, den Menschen ihre Körper wiedergebe und Normalität einkehrt, aber ich habe nicht alle Geister eingesaugt? Wird es dann quasi Teil der normalen, des normalen Lebens in Japan, dass einfach überall so Geistercluster rumschweben und dann ruft man die Geister Einsaugpolizei oder so? Vielleicht. Man gewöhnt sich an alles. Nicht schon wieder. Das bedeutet nur, dass wir hier richtig sind. Freu dich doch mal. Ah, guck mal. Ich bin begeistert. Wer die Gabe des Äthers besitzt, sieht Dinge, die andere nicht sehen. Visionen aus anderen Welten. Vor allem dort, wo die Ätherkonzentration höher ist. Sind wir hier im Tango Games Shop Heimbüro Homeoffice. Ob die hier wirklich im Büro nachgebaut haben? Wäre ein bisschen ein kleines Büro, ne? Und dass deren Logo kein aufsammelbares Artefakt ist? Naja. Der hätte uns hier durchkämpfen müssen. Zum Glück habe ich meine Windenergie so hoch gemacht. Da kann ich jetzt ganz schön Schaden raushauen. Oh, das ist ein bisschen ein bisschen schade. Meine Güte. Also wenn die hier wirklich ihr Büro nachgebaut haben, hätte ich sehr viele Fragen. Hochladen. Bester Geister-Pitzy-Man. Geister-Pitzy-Man. Toll. Dann zerstören wir halt das Ding und ziehen Leinen. Klar. Wenn du willst, dass dir der konzentrierte Äther um die Ohren fliegt. Nicht mal deine Gabe kann dich dann noch retten. Wir müssen sie runterfahren. Und zwar vorsichtig. Dein Hightech-Gelaber kann warten. Wir haben Besuch. Oh-oh. Oh. Scheiße. Als hätten sie geahnt, dass wir jetzt... Rinko, was sie meint. Selbst im Tod hast du noch kein Blutscheißer weg. Ich bin ja schon dabei. Oh. Welcher ist es einfach? Welcher ist es einfach? Einfachs. Beide ich, wie sie hat knackig. Okay. Komm. 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 Und vor allem habe ich ziemlich keine Munition mehr. Oh Gott, ja, aber wirklich, es wird eng schon langsam, munitionstechnisch. Au. Au. Ist doch was, Mensch. Sehr gut. Perfektes Timing. Jetzt solltet ihr die Nebelquellen in eurer Umgebung sehen können. Hätte nicht geschadet, wenn du uns vor dem Besuchern gewarnt hättest. Die haben eine Fährte gelegt, damit wir nicht um diese Maschine herumkommen. War also klar, dass sie uns hier eine Falle stellen würden. Komm schon, denk doch mal nach. Warum habe ich euch wohl hergerufen? Ich soll schuld sein, weil ich nicht nachgedacht habe? Wage es ja nicht. Lass gut sein, KK. Wir haben Wichtigeres zu tun. Er hat recht. Passt auf euch auf. Ähm. Also. Danke, Rinko. Keine Ursache. Danke für die Rückendeckung. Wie erwachsen. Spar dir die Lektion. Ich bin dir Jahre voraus. Dann solltest du dich auch mal so verhalten. So. Hat sich der Stream eigentlich bei euch stabilisiert wieder? Ist da was vorgefallen zwischen euch? Sozusagen. Sie hat unsere Operation ruiniert. Ich bin nicht begeistert, sie zu sehen. Jetzt haben wir Zeit für ein paar neue Kombis. Probier mal. Du bist viel stärker geworden. Zumindest das Internet scheint bei mir jetzt wieder einigermaßen zu funktionieren. Ich schätze mal, das war wirklich ein Einbruch bei mir hier. Vor Ort. Wer da verantwortlich war. Richtig gut ist es immer noch nicht. Aber definitiv besser. Naja. Okay. Weiter geht's. Was und wir sollten jetzt die Geister, äh die Nebelquellen sehen oder wie? Achso. Die meint einfach nur das Tor in diesem Gebiet, oder? Jetzt haben wir hier irgendwo wahrscheinlich... Ne. Haben wir vielleicht noch nicht. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal raus hier. Gehen wir erstmal raus hier. Ghostwire Tokyo ist definitiv eins von diesen Spielen, die... So ein bisschen an ihren Ambitionen glaube ich... Ähm... Ja gescheitert sind will ich nicht sagen, weil ich find's gut. Aber die durch ihre Ambitionen schlechter geworden sind. Die hätte... Das hätte ein besseres Spiel sein können, wenn die die Open World ein bisschen eingedampft hätten. Und sich mehr auf den... Auf den... Auf das... Auf die... Auf die Quests. Auf das Siniastische. Auf die Mythologie. Auf den Stil und sowas konzentriert hätten. Finde ich zumindest. Ich glaub eine... Ein bisschen... Immerhin sind wir einen Schritt weiter. Besser wär's. Wir sind fast drauf gegangen. Aber... Ein bisschen weniger von allem hätte nicht geschadet. Dann hätten die auch nicht so viele Gegner recyceln müssen die ganze Zeit. Weil im Endeffekt gibt's wieviel drei Gegnertypen? Oder vier? Die die halt immer wieder... Einen Hut aufsetzen und dann sagen sie so... Neuer... Neuer... Äh... Gegnertyp. Und immer wieder die gleichen Arenakämpfe und so. Das wär anders schon besser gewesen. Kleiner... Kürzer... Dafür mehr... Abwechslung. Mehr Ideen. Ah ja. Da oben müssen wir hin. Ein wenig besser geworden ist es. Manchmal... Netzwerkfehler auf. Manchmal springt das Video 30 Sekunden vor. Ah... Das ist nicht optimal. Ja wie gesagt. Die Aufzeichnung könnt ihr euch dann auf YouTube ohne Probleme anschauen. Weil die... Die Aufnahme mach ich immer separat vom Stream. Also ich lad nicht wirklich den Stream hoch. Und ich lad ne Aufnahme hoch, die während des Streams auch aufgenommen wird noch parallel. Wir können uns gleich wieder auf einen ganz schönen Kampf einstellen wahrscheinlich, oder? Das muss es sein. Das Tor reinige. Jetzt gehen wir erstmal kurz in die Telefonzelle. Hallo Herr Borke und Gruppe. Wie geht's euch? Danke fürs Raiden. Leider haben wir heute ein bisschen technische Probleme mit dem Stream. Ich hoffe es klappt irgendwie trotzdem, dass man es einigermaßen gucken kann. Und ich hoffe ihr hört das jetzt überhaupt. Ah... Ah... Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Aber... Ich bin auch schon müde. Doch, doch. Ich merk's auch schon. Es ist halt doch schon nach 10 und ich bin nicht mehr der Jüngste. Hahaha. So, anscheinend ist auch der Chat immer noch... Oder der Lag ist immer noch riesig, ne? Die Zeitabstände. Es ist crazy. Hey, wisst ihr was? Jetzt sind wir bei 3 Stunden ein bisschen mehr. Vielleicht starte ich den Stream jetzt dann einfach neu. Vielleicht hilft das. Es ist halt wirklich total bekloppt, weil Streamlabs zeigt mir an, dass der Stream perfekt läuft. Perfekte Qualität. Alles wunderbar. Überhaupt keine Probleme. Aber... In Wirklichkeit scheinbar doch Probleme, ne? Leider. Jetzt machen wir mal noch weiter. Vielleicht hören wir heute dann einfach ein bisschen früher auf, als ich geplant habe. So, ein von KK verfasster Bericht. Ah, ist ja super. Über ein gruseliges, altes Restaurant. Das heißt, wir kriegen wieder Fähigkeitspunkte. Ausgezeichnet. Dann machen wir hier mal sauber. Los. Lass es uns reinigen. Tatsächlich kein Bosskampf. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendwas. Was? Eine Barriere? Aha. Jetzt sind wir in der Boss Arena, oder? Oder was ist jetzt? Bin ich wieder schuld, weil ich nicht nachgedacht habe? Mann, reiß dich zusammen. Wir müssen hier raus, bevor wir eingeschlossen werden. Es muss hier noch mehr von diesen Steinen geben, die die Barriere aufrechterhalten. Oh, wir haben jetzt 14 Minuten Zeit. Das kommt mir ziemlich lang vor, um noch drei von diesen komischen Steinen zu finden. Ah, ja. Der Zweite. Nein. Ah, gut. Wird die Barriere kleiner eigentlich? Bin ich hier in einem Battle Royale-Match gefangen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, die Barriere bewegt sich nicht. Aber warum dann der Timer überhaupt? ... Nein. ... So. Da war es nur noch einer. Ja, jetzt chill mal. Wir haben noch... Come on. Wir haben noch so viel Zeit. Ob ich das Spiel immer noch gut finde? Also ich, ähm... Ja, jetzt halt doch die Klappe. Ich finde es immer noch echt nett. Mir macht es wirklich Spaß und ich finde diese ganze japanische Mythologie echt schön. Es macht schon Spaß, das Spiel da einzutauchen. Gefällt mir gut. Aber während ich hier so spiele, kritisiere ich das Spiel auch dauernd. Weil es ist schon ein ziemlich uninspiriertes Open-World Shooter-Spiel. Also die offene Welt ist wirklich uninspiriert und nicht besonders gut, muss man sagen. Das Shooter-Gameplay ist irgendwie auch nicht gut und relativ langweilig. Und es ist in vielerlei Hinsicht leider halt nur so ein durchschnittliches Spiel. Aber das Setting und der Stil und so die Story, das gefällt mir alles immer noch ziemlich gut und macht mir immer noch Spaß. War das jetzt der letzte Stein? Ja, aber jetzt haben wir Dimitrescu vor uns. Aber vielleicht löst die Katze ihn unser Problem. Barriere fällt. Wie können die uns immer einen Schritt voraus sein? Meinst du, Rinko hat was damit zu tun? Ja, das meine ich. Ich finde schon raus, was mit ihr los ist. Es gibt eine Telefonzelle mit einer anderen Farbe. Finden wir sie, dann kann ich Ed anrufen. Dafür brauchen wir allerdings eine Telefonkarte. Aber erstmal nehme ich die drei Affen mit. Drei Affenfiguren. Ist es nicht eher eine Figur von drei Affen? Sind die nicht zusammenhängend? Ist Definitionssache wahrscheinlich. Drei Affenfiguren, von denen einer sich die Augen zu hält der andere die Ohren der anderen in den Mund. Das kennt man. Ups. Kennt ihr diese Schleudermaschine? Angeblich verlieren Menschen dort ihre Socken. Haha. Äh. Ja. Wirklich. Oh, was ist denn los? Wir haben extra Telefonzellen aufgestellt, um im Notfall Kontakt aufzunehmen. Hätte nicht gedacht, dass wir sie mal brauchen. Das ist wirklich so. Das Spiel hat genau diese ganz typischen Open-World-Probleme. Es wird, weil die Welt einfach zu groß ist, viel zu viel recycelt. Es gibt viel zu viel ziemlich belanglose Collectibles. Das ist eine Macke von Ed. Und die Welt ist quasi wirklich vollgestopft mit relativ belanglosem Content. Hauptsache Content. Und das ist halt so ein ganz typisches Open-World-Problem einfach. Aber bei aller Kritik mag ich das Spiel eben einfach wirklich trotzdem. Ich bin jetzt nur gerade verwirrt, was mein aktuelles Missionsziel ist. Wir haben hier eine Nebenmission. Wir haben hier eine Nebenmission. Wir haben hier eine Nebenmission. Und wir haben ganz viele kleine... Wir sind im Hauptmenü... Äh, im Hauptmissionsgebiet. Hier in dem Gebiet soll ich jetzt die Telefonzelle mit der anderen Farbe finden. Oder was ist los? Aber da werden schon wieder Würfel entführt. Müssen wir mal schnell hin. Nein, zu weit. Wo muss das gehen? Jeiße. Das ist lol. Vollmer, Fanny. Kommia! 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 Oh, oh, keine Menücheung, ja. Ow! Ja, das wäre auch meine Empfehlung, was das Spiel angeht. Wenn man sich für so japanische Kultur und Mythologie interessiert und wenn einem der Stil grundsätzlich gefällt, würde ich auch sagen, wenn es mal billiger ist, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich persönlich würde es jetzt nicht wirklich so als Vollpreistitel empfehlen. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist eins von diesen typischen Spielen, die besser wären, wenn man die Open World nur halb so groß gemacht hätte oder sowas. Fibo, vielen Dank für die Donation. Super nett von dir. Meine Güte, der Spendenticker ist heute diesen jungen Monat schon prall gefüllt. Wir hatten schon ewig keinen 24-Stunden-Stream mehr. Seit Dramsi nicht mehr dabei ist. Der war immer, was die während des Streams spenden angeht, extrem spendabel. Äh. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 24-Stunden-Streams überleben würde. Der letzte 24-Stunden-Stream wurden ja schon zwei 12-Stunden-Streams. Ich fände es cool, irgendwie mal wieder einen 24-Stunden-Stream zu machen, weil das war auch immer eine Gelegenheit, ganz viel nachzuholen. Ganz viele Spiele einfach mal zu spielen, die ich schon lange spielen wollte, zu denen ich nie gekommen bin. Oder Spiele, die ich besonders cool finde, die ich euch mal schon lange zeigen wollte. Aber verdammt nochmal, das war auch immer unglaublich anstrengend. Aber sie haben wenigstens wirklich versucht, die Nebenmission schön zu designen. Es ging bis jetzt fast in jeder Nebenmission um ein anderes Fabelwesen der japanischen Mythologie. Da wurde bis jetzt auch wirklich noch nichts recycelt. Also echt schön gemacht. Jedes Mal irgendein anderes komisches Wesen. Und jedes Mal mit einer netten Kleingeschichte verknüpft. Und ab und zu waren es dann auch so Blödel-Geschichten, wie das ein Geist nicht ins Jenseits kann, weil er noch... Die Sache, die er noch erledigen muss, ist, dass er nochmal ganz dringend aufs Klo muss. Und wir müssen Klopapier für ihn finden. Also auch so nette kleine Blödel-Missionen. Aber alles in allem schon, äh, auf jeden Fall nett und schön gemacht. Also die Nebenmissionen sind für mich noch das Highlight auf jeden Fall. Die Ente! Hallo! Wie geht's? Ich finde, zwölf Stunden streamen geht, wenn man sich gut drauf vorbereitet. Ein Tipp, also gerade wenn man einen 24-Stunden-Stream versucht, aber auch schon bei einem zwölf Stunden-Stream ist ein Tipp von mir auf jeden Fall, nach langjähriger Erfahrung, am besten schon direkt nach dem Aufstehen anfangen. Ausschlafen und gar nicht erst einen fixen Zeitpunkt festlegen im Vorfeld, sondern sagen, keine Ahnung, je nachdem, wann man halt normalerweise aufsteht, um neun oder so geht der Stream los. Also ausschlafen, aufstehen, anfangen zu streamen und schon alles vorbereiten, einen gemütlichen Sessel benutzen, nicht einen Bürostuhl oder sowas. Knabberzeug, Getränke vor allem, ganz viel Getränke. Und dann kann man ganz gemütlich, finde ich, so zwölf Stunden auf jeden Fall streamen. Bei meinem ersten 24-Stunden-Stream habe ich nämlich den Riesenfehler gemacht. Das war wirklich sehr doof von mir, dass ich Geister anlocke, dass ich um sechs Uhr nachmittags angefangen habe, nachdem ich schon den ganzen Tag wach war. Und das war einfach echt nicht klug von mir. Weil dann wurde aus den 24 Stunden ganz schnell quasi 36 Stunden und das ist dann nicht so gut. Das stimmt. Das wäre nicht gut, wenn die ins Jenseits kommen und dann bis in alle Ewigkeit das dringende Gefühl haben, aufs Klo zu müssen. Das ist gefährlich. Da war es schon gut, dass man... Das ist ein guter Tipp. Wenn man irgendwann mal, wenn es mal soweit ist, wenn einem der Bordelgrama holt, dann muss man zu ihm sagen, hey, okay, aber ich muss nach einmal ausführlich aufs Klo bitte vorher. Ein letztes Mal. Da kann er schlecht Nein sagen. Warum wird denn die Katze jetzt so hervorgehoben? Ist das normal oder sollte ich dir mal deren Gedanken lesen? Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, welche Zustände da draußen herrschen, aber für mich ändert sich dadurch nicht viel. Mhm. Das kenne ich. Falsche Taste gedrückt, aber hat schon gepasst. Das kenne ich. Ach, weil der Hund raus muss. Ja, aber das ist sowieso auch noch ein anderer Tipp. Gerade bei einem 24-Stunden-Stream regelmäßige Pausen muss man unbedingt machen. Man kann nicht 24 Stunden einfach hier vor dem Bildschirm sitzen und sonst nichts machen. Alle drei Stunden mal eine Viertelstunde Pause oder so, das muss drin sein. Das zählt, finde ich, auch trotzdem dann noch als 24-Stunden-Stream. So kleine Pausen müssen sein. Okay. So kleine Pausen müssen sein. So, da, da. Da hat ja sonst auch keiner was davon, wenn man wie eine Kartoffel nur noch vorm Bildschirm sitzt und Schmerzen leidet. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Was wirklich? Ich dachte, das war ein Scherz, dass wir jetzt eine Telefonkarte noch brauchen. Come on! Nachricht. Verlorene Telefonkarte. Ach, guck. Es tut mir so leid, ich habe die Telefonkarte verloren. Eine von denen mit den Tierfotos. Ich bin sicher, dass ich sie irgendwo beim Waschsalon verloren habe. Mit Glück hat sie jemand beim Polizeiposten abgegeben. Sollte sie nicht wieder auftauchen, frage ich dort nach. Warum führt mich denn der Questmarker hierher? Ich habe das jetzt gelesen. Und nun? Wo ist denn der Waschsalon? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Moment, da steht... Ne. Da steht was ganz anderes. Ah ja. Laufen wir einfach mal die einzelnen Punkte. Aber vorher nehmen wir das alte Essen, das hier im Regen im Park steht. Da sind wir nicht wählerisch. So, irgendwo hier. Ja. Ne, warte mal. Das ist... Ah, hier irgendwo ist diese wertvolle Goldmünze für eine Nebenquest von einer Händlerkatze. Jetzt ganz schön viel Geister-Action. Oh, ein Kappa-Gans hier in der Nähe. Leg eine Gurke auf den Sockel. Wir locken ihn an. Okay. Nimm diese Gurke, du Schurke. Ein Kappa. Und was jetzt? Versteck dich. Und warte, bis es frisst. Mach ich. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Ja, komm, geh doch zur Gurke. Geh zur Gurke. Du willst sie doch. Hol dir die Gurke, Kappa. Das ist zum Beispiel echt ein interessanter Funfact, den ich aus dem Spiel gelernt habe. Dass die Kappa-Maki, also die Sushi-Rollen mit Gurke drin, wegen den Kappa-Kappa-Maki heißen. Weil laut den Legenden diese Kappa so gerne Gurke essen. Das ist doch ein netter kleiner Funfact, ne? Hat mir gefallen. Armer Kappa-Maki. Sammeln wir mal noch ein paar Geister, wenn wir schon hier sind. Wenn die schon hier so auf dem Weg rumliegen, ne? Dann lassen wir die nicht liegen. Nix verkommen lasse. Alles Geld und Erfahrungspunkte. So, diese wertvolle Münze, die hier irgendwo sein soll. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt hier unbedingt suchen will. Münze klingt nach was sehr Winzigem. Und das Gebiet ist sehr groß. Und wahrscheinlich liegt es irgendwo auf einem Dach oder so. Ich drehe mal kurz eine Runde durch das Gebiet und dann gucken wir. Ob wir sie irgendwo finden. Könnte auch auf dieser Brücke da sein eigentlich, theoretisch. Das sind zumindest sehr viele Gegner. Vielleicht bewachen die ja die Münze. Jetzt sehe ich sie nicht. Ich gehe mal auf die Brücke. Das war's für heute. Ich hab doch so einen Finisher gelernt, wenn die am Boden liegen, oder? Irgendwie funktioniert der nicht. Oder ich mach was falsch. Oder hab ich den gelernt? Ich hab den doch gelernt, oder? Vielleicht hab ich ihn auch nicht gelernt. Was weiß denn ich, was ich gelernt hab und was nicht? Wie damals in der Schule. Was weiß denn ich, was ich gelernt hab? Irgendwas wird's schon gewesen sein. Ah, wir verlieren an Höhe. Jetzt sitze ich hier am Balkon fest. Na super. Mein Gott, ich sitze hier wirklich fest. Wir kommen ja nicht mehr von dem Balkon runter. Ich bin im Balkon stecken geblieben. Das ist nicht so gut. Ah! Gut. Uh. Gerettet. Ich frage mich, was das soll. Diese Konstruktion von den Gebäuden. Und die findet man überall machen. Wirklich nur für unsere Spielfigur Sinn. Weil überall hört plötzlich das Geländer auf. Und dann ist da so eine Einbuchtung in der Wand. Aber hier ist kein Leiter, keine Treppe, kein gar nichts. Aber, naja. Unser Parcours-Champ kann's natürlich nutzen. Mein Gott, so viele Geister auf den Dächern. Ah! Oh Gott, ey. Ich hab vorher noch gesagt, ich möchte mich mehr auf die Quests konzentrieren und weniger sammeln. Du hast das Geigen langsam raus. Ja, es wird. Es wird. Aber meine... Mein... Mein Sammeltrieb. Und mein Completionist-Tum schlägt schon ganz schön... Also springt schon ganz schön an auf diese Geister überall. Muss ich schon sagen. Dabei nervt's mich eher ein bisschen. Ich will, dass die weg sind. Ich will hier aufräumen. Tür. Nein! Ah, okay. Ich dachte schon, wir stürzen ab. Jo, gute Nacht, Herr Borger. Schlaf gut. Danke fürs Vorbeischauen. Hat mich gefreut. Gute Nacht. So. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt gehen wir da runter, weil da könnte eine Telefonkarte sein. Irgendwo hier. Ist das ein Waschsalon? Perfekt. Ich glaub, dann sind wir richtig. Zumindest, wenn wir... Aha. Kaum zu glauben, dass die noch jemand benutzt. Altbewährt und unerreicht. Nein, nein. Moment mal, hä? Dann gehen wir jetzt zur Telefonzelle. Dann reden wir jetzt zum ersten Mal live und wirklich mit diesem verrückten Wissenschaftlerkerl, der da und unsere Geister sammelt. Warum lebt der eigentlich noch? Naja, vielleicht erfahren wir das jetzt dann. Ich kann leider nicht ans Telefon. Mir ist was dazwischen gekommen. Wo wir dabei sind, gebe ich dir ein Update. Soviel dazu. Nur Dale und ich konnten aus Shibuya wie geplant fliehen. Beim Parkplatz an der Jizo-Straße wurden wir von den anderen getrennt. Zuerst dachte ich, K.K. wäre tot. Aber weil wir Seelen übertragen können, hatte ich noch Hoffnung. Ed, over. Ein richtiger Sonnenschein. Er hat den Parkplatz an der Jizo-Straße erwähnt. Da könnten Ed und Dale gewartet haben. Sehen wir uns das an. Vivo, danke fürs Patreon-Plättchen. Freut mich sehr. Super nett von dir. Das ist awesome. Okay, neue Haupt-Quest. Aber wir haben viele Neben-Quests bekommen. Und die will ich machen. Weil wie vorher schon gesagt, waren die bis jetzt meistens echt ganz nett. Die will ich nicht verpassen. Wo müssen wir? Da müssen wir. Okay. Dammit. Du dick. Ja, Hund. Ich will dir ja Essen geben. Aber erstens ist das Essen geben immer ein bisschen umständlich. Und es dauert ein bisschen lange. Und am Schluss gräbst du für mich irgendwie einen winzigen Amount Geld aus. Und warum kann ich nicht einfach Hunde futtern, links und rechts, mit den Händen überall in der Stadt verteilen und alle sind glücklich. Das dauert immer viel zu lange. Und ist die Belohnung nicht wert? Aber was tut man nicht alles für Hunde? Selbst wenn sie nur digitale Polygonhaufen sind. Da. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Und? Nix? Ne? Ich bin hinter dir. Ich bin gespannt, wo der mich hinführt. Meine Güte. It's a trap! Aber ich muss alles zurücknehmen. Der Hund hat mich tatsächlich zu einer in einem Tempel geführt. Zu einer Statue. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist ziemlich cool. Bist du jetzt religiös geworden? In diesen Zeiten? Klar. Maximale Windpower erhöht. Ja, okay. Hund. Nehmen alles zurück. Das war ziemlich gut. Aber woran erkenne ich denn die nutzlosen Hunde und die guten Hunde? Natürlich sind alle Hunde gut. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber fairerweise muss man sagen, dass alle Hunde auch nutzlos sind. So gut wie zumindest. Aber das muss ja auch nicht sein. Der muss schon den Nutzen haben, wenn er flauschig ist. Na gut, dann gebe ich dir jetzt auch was. Hau rein, Kumpel. Gucken wir mal, ob der mich auch zu irgendwas total Großartigem führt. Mach schön langsam. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Mir kam der Name auch bekannt vor. Aber viele Leute haben halt ähnliche Nutzenamen oder so. Da weiß man's nicht. Aber hast du dann was an deiner Plätsch jetzt geändert oder warum wurde mir das gerade nochmal angezeigt? Okay, jetzt gehen wir mal zu der Hauptmission. Ich hatte das nämlich schon öfter. Ich hab wirklich keine Ahnung, was da los ist. Aber manchmal kommt über Streamlabs kommen da irgendwie gleich mal fünf, sechs uralte Patreon-Neuanmeldungen, die schon irgendwie einen Monat alt sind. Plötzlich auf einen Schlag an. Keine Ahnung, was da immer los ist. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, weiterzuziehen. Es wird einfach der Hammer. Ich weiß es. Jetzt mach endlich. Ich will ja, aber ich kann einfach nicht. Da war diese Frau am Ende der Straße. Sie hat ständig um die Ecke geschaut, als wollte sie meine Aufmerksamkeit. Und als ich mit ihr reden wollte, war sie weg. Ich kann einfach nicht aufhören, an sie zu denken. Und das hält mich hier zurück. Hat um die Ecke geschaut, ja? Vielleicht war es eine Rukurukubi. Also gut. Sehen wir mal nach. Wenn ihr sie findet, sagt mir bitte, was sie von mir wollte. Ist ja gut. Wir werden dir helfen, weiterzuziehen. Eine Rukurukubi. Jetzt bin ich aber gespannt, was eine Rukurukubi ist. Halt, da ist es gleich. Gar nicht weit von hier. Oh, guck mal. Oh, guck mal, da hat der lange Hals. Seht ihr das? Super langer Hals an dem Kopf. Andersrum. Guckt um die Ecke. Rukurukubi. Auf Rukurukubi sind nicht böse. Da. Eine Rukurukubi. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Woher weißt du das? Ah, da ist sie. Wo viel Zeit muss sein? Sie will mit uns flirten. Ist aber nicht mein Typ. Die schnappen wir uns. Hm. Ah, ich glaub da oben. Ah, nee. Ich dachte schon, da ist ihr Körper. Aber stimmt gar nicht. Wie komm ich jetzt da hoch? Zur Rukurukubi. Oh, wartet mal ganz kurz. Ah. Ich werd grad von einem Kuschelkater angegriffen. Ich muss den kurz aus dem Büro lassen. Ja. Er ist grad aufgewacht. Guten Morgen. Zudala. Weiter geht's. Richtung Rukurukubi. Ich sag das Wort irgendwie gern. Das rollt so schön über die Zunge. Rukurukubi. Du suchst doch die Rukurukubi. Hier ist sie nicht. Ruku. Rukurukubi. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich weiß noch nicht, wie wir wieder hinkommen. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Ja, jetzt chill mal, KK. Sag mir entweder, wie ich da hochkomme. Du suchst doch die Rukurukubi. Hier ist sie nicht. Oder halt die Klappe. Ich kann, ich kann nicht fliegen. Also nur geradeaus, nicht hoch. Wo willst du hin? Das ist die falsche Richtung. Dude, ich geh direkt zur Rukurukubi. Was willst du von mir? Rukurukubi. Steile These. Aber vielleicht will sie nur Gesellschaft. Eine Lady soll man jedenfalls nicht warten lassen. Absorbiere ihre Kraft und dann ab. Langsam steht's mir bis zum Hals. Ich dachte, du kriegst den Hals nicht voll. Rukurukubi. Rukurukubi. Absorbiert. Die arme Rukurukubi, oder? Sie hat überhaupt nichts getan. Wir absorbieren sie einfach. Bestimmt ist sie jetzt an einem besseren Ort. Voller toller Geistermänner, mit denen sie flirten kann, oder so. Hoffe es. Diese Geistercluster macht mich echt fertig. Warum sind es so viele? Warum sind die überall? Warum kann ich nicht aufhören, die zu sammeln? Okay. Stopp. Konzentration. Ruhig bleiben. Nicht alle einsammeln. Sonst hört das nie auf. Wir gehen zur nächsten Nebenmission und nehmen nur mit, was auf dem Weg liegt. Ich habe da nämlich eine total bescheuerte Kombination, weil einerseits binde ich mir immer ein, ich möchte alles 100% sammeln und machen und tun, aber gleichzeitig weiß ich genau, dass ich spätestens ab der Hälfte schon keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Und nie alles sammeln werde. Du musst noch mehr von ihnen retten. Ah, aufs nächste Level erhöht hast du. Okay, super cool. Dankeschön. Ich weiß deinen Namen deswegen auch noch so gut, weil du, glaube ich, auch schon beim großen Smash Brothers Patreon-Turnier dabei warst. Also für alle, die es nicht wissen, worum es geht, das ist kein Multiplayer-Competitive-Turnier gewesen, wo wirklich die Patreons und ich gegeneinander gespielt haben, sondern ich habe die Patreons nachgebaut im Mi-Editor. Also halt albern, auf alberne Art und Weise nachgebaut, die meisten. Und dann haben quasi, dann habe ich die CPU-Kämpfe, die dann diese Avatare gegeneinander und gegen die größten Nintendo-Stars geführt haben, kommentiert. Ja, ich habe auch so viele Abonnenten gesammelt. Ich könnte schon mit den Landsquid Bird Rider Abonnenten ein Stadion füllen. Verrückt. Es ist wirklich verrückt, oder? 50.000 Abonnenten ist eigentlich wirklich eine verrückte Zahl. Man verliert da so ein bisschen den Blick dafür, wenn es halt so über Jahre hinweg sich so ansammelt und irgendwie wird es so normal. Aber wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, in meiner Heimatstadt leben 50.000 Menschen. Ich bin eine Kleinstadt. Also der Kanal hat die Bevölkerungszahl einer Kleinstadt. Das ist schon cool. Aber trotzdem hätte ich gern 100.000 Abonnenten. Muss ich einfach sagen. Von Anfang an war 100.000 Abonnenten das große Ziel. 100.000 Abonnenten. Das wär's. Bei sowas hier krieg ich Gänsehaut. So macht man das. Hä? Was ist denn jetzt los? Gleich nochmal sowas. Das sieht einfach ein bisschen aus wie das Ubisoft-Logo, wenn man die Geister einsaugt. Das Symbol. Das Interaktionssymbol. Und ich find's weird. Hallo, Questgeber. Mein Schutzgeist bewohnt diesen Baum. Ein echtes Kodama. Monster versuchen neuerdings, die heilige Kraft des Kodama zu stehlen. Wenn sie es schaffen, wird der heilige Baum verkümmern und sterben. Dann absorbieren wir die Macht des Kodama. Das ist sicherer. Ja, das ist vermutlich das Beste. Wir müssen das Kodama retten. Wir müssen ein bisschen zurück. Das Kodama braucht uns. Der Kodama Pangestin. Das kann man nicht damit verhaften. Nein, Gott. Okay. Ihr habt mich gerettet, danke. Ein Kodama. Haben wir gegessen. Ein Kodama ist bei euch besser aufgehoben. Bitte, kümmert euch gut darum. Ähm, ich glaube, ich werde es als Skillpunkt für meine Fähigkeiten benutzen. Ich hoffe, das meinst du damit, wenn du sagst, kümmert euch gut drum. Aber was anderes kann ich nicht machen damit, leider. Befürchte ich. Nein! Das hat er doch gerade mit Absicht gemacht, oder? Ah, wenn ich jetzt einen Feuerschuss hätte. Ich könnte so gut in die Gruppe da reinschießen. Das wäre der Hammer. Ich habe einen Feuerschuss bekommen. Aber wirklich nur einen. Na dann. Au! Okay. 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 So, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Ich glaube, einen Nebenquest haben wir noch. Die hier. Was ist das da eigentlich? Klapphandy. Aha. Was? Ähm. Ja. Gehen wir rüber. Leichter gesagt als getan. Was ist denn da die nächste Brücke? Oh oh, Todesnebel. Vorsicht. Ich hoffe, ich komme da hoch. Sonst müssen wir ganz schön weit latschen. In solchen Parks habe ich früher Ball gespielt. Und ich habe auf der Tribüne geraucht. Als Teenie? Nee, als Erwachsener. Na gut, dann hoffe ich, das Wasser ist hier seicht. Passt. Da müssen noch mehr von ihnen sein. Ach was? Meinst du? Ich glaube, wir haben jetzt alle. Es gibt angeblich knapp über 200.000 von diesen Geistern. Also, das sind immer gleich hunderter Stapel. Aber, also, nicht, dass ich 100.000 einzeln aufsammeln müsste. Nicht, dass ich jetzt, ne. Also, aber 200.000 Geister insgesamt. Und ich habe jetzt 50.000 davon. Also, ungefähr ein Viertel. Na dann. Haben mich nicht die Katzen in der Stadt immer wieder davor gewarnt, dass ich mich vor Krähen schwärmen in Acht nehmen soll? Da wäre jetzt ein Krähen schwarm. Sogar ungefähr in unsere Richtung. Würde mich ja interessieren, über was mich die Katzen da gewarnt haben. Ach, komm schon. Überall diese Geister, die man aus... Warum ist da ein Geister-Stahlträger in dem Geister-Cluster? Was soll das überhaupt? Ich nutze jetzt deinen Körper. Mach das. Da. Das sind Qualen. Die ich aus den Geistern rausziehe. Die sehen wahrscheinlich nur für mein menschliches Auge aus, wie Riesen-Bleistifte und Stahlträger. Na, nimm. Apropos, wir könnten was essen. Oh. Oh. Ah. Na, von mir aus. Die nehmen wir auch noch mit. Aber dann ist Schluss. Da. Jetzt ist Nebenquest-Zeit. Mein Freund und Selbstmord. Ich kann es einfach nicht glauben. Wir wollten uns an dem Tag treffen, als es passiert ist. Man macht doch keine Pläne, wenn man sich das Leben nehmen will, oder? Was glaubst du, was passiert sein könnte? Na ja. Für die Arbeit musste er in dieses Gebäude. Da haben sich schon viele Menschen umgebracht. Hm. Wäre möglich, dass Ihnen an solch einem Ort ein Fluch befallen hat. Dann sehen wir uns das mal an. Na komm. Wer ist es? Absorbieren. Schauen wir uns zuerst um diese Viecher. Was ist hier? Welche Viecher? Was? Ich glaube, ich bin ins Gebiet der Hauptmission so ein bisschen reingedätscht. Aber das wollte ich gar nicht. Gehen wir nämlich erst nach dem Gebiet der... Was hier muss es sein? Genau. Suchen wir den Eingang. Oh. Ein kleiner Nebenmissions-Mini-Dungeon. Die mag ich oft ganz gerne. Die waren bis jetzt auch immer ganz nett, oder? Schön inszeniert. Suchen wir mal den Eingang. Und nicht müssen wir wieder hochklettern, oder? Ah, gegen die Wand gesiegelt. Ah, gegen die Wand gesiegelt. Ich will da ins Treppenhaus, Mensch. Wie komme ich denn da hin? Wie kommen wir da bloß rein? Ja. Irgendetwas fühlt sich hier... Aha. Ein Tofu-Yokai hat uns den Weg versperrt. Oh, was bist du denn? Böser Geist. Jetzt seid ihr dran. Sterbt und löst mich endlich ab. Oha. Ganz schön vorlaut. Was hat er damit gemeint? Ihn ablösen. Keine Ahnung. Ist auch egal. War nur ein Phantom. Boom. Wurde ich nochmal ganz kurz zurückgehen, weil es gab hier so viele Wege irgendwie. Oh, ich habe gerade was gehört. Das war das Geräusch von einem seltenen Collectible. War es wirklich das Handy? Anscheinend. Ein Garakai. Nur in Japan erhältliche Art von Club-Handy, deren Funktionen sich in eine andere Richtung entwickelten als im Rest der Welt. Aha. Das ist wahrscheinlich so ein Kultobjekt für die Nostalgie-Katze. Das ist wahrscheinlich so ein Kultobjekt für die Nostalgie-Katze. Seltsam. Als wären sie selbst alle verflucht. Ganz schön creepy hier. Ich finde es irgendwie lustig. Ich finde diese Kombination lustig, dass sich diese Phantome, wie sie dargestellt sind und mit dem, was sie sagen, wirklich ziemlich creepy finde, aber wie unsere Hauptfiguren halt eher so, so, oh, na, da ist aber einer mal besonders gruselig reagieren. Das finde ich irgendwie nett gemacht. Bevor ich jetzt nach oben gehe, schauen wir uns aber hier noch ein bisschen um. Ach, hier sind wir reingekommen. Ah ja, jetzt erkenne ich es wieder in die Richtung, das stimmt. Dann gibt es eh nur den Weg. Okay, gut, dann passt es eben. Ich dachte, es ist irgendeinem Grund, dass es in die andere Richtung auch noch geht. Aber dann sind wir hier so ziemlich durch, glaube ich. Dann gehen wir hoch. Das ist das nächste Phantom. Na, verschlossen. Abgeschlossen, war ja klar. Vielleicht ist hier irgendwo der Schlüssel. Vielleicht. Ach, guck, tatsächlich. Ihr könnt den Fluch nicht entkommen. Sieht so aus, als wäre er selbst auch nicht entkommen. Oh oh, da war gerade das Symbol für, Achtung, es ist ein einzigartiges Collectible in der Nähe. Aber wo? Oh. So, nun. Was machen wir nun? Wir wirften da eigentlich immer Geld in den Mülleimer. Hier, in diesem Spiel. Ich muss jetzt noch mal kurz zurückgehen. Weil da war wirklich dieses Geräusch, das mir anzeigt, dass hier so ein Collectible ist. So ein einzigartiger Gegenstand, den ich an die Katzen verscherbeln kann. Gerade als ich hier durchgekrochen bin. Ah, vielleicht über mir, ne? Das könnte sein. Ups. Aber kommen wir denn da überhaupt hoch? Ja, kommen wir. Na, guck, und da ist es auch schon. Eine Statue von so einem mutierten Regenschirm-Ding. Der Nitzuk. Der Nitzke. Ne, Quatsch. Das ist ein Nitzke eines Karakasa-Koso. Na gut. Wenn man Dinge schlecht behandelt, werden sie zu Yokai. Okay, cool. Freu mich, dass ich noch mal zurückgegangen bin. Kann man dann manche Objekte wirklich nur während Nebenmissionen überhaupt finden? Oder kann ich immer wieder in das Gebäude? Wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. Mein Gott, wie ich euch hasse, ihr Bubble-Ladies. Ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe es jetzt. Nämlich? Willst du es noch erläutern, oder? War das nur so als Information für mich gedacht? Staubiger Kalender. 8. April, 14 Uhr. Ich soll zum Selbstmordhaus gehen. Ich will nicht. Aber ich habe die A-Karte gezogen. Muss es einfach hinter mich bringen. Ich will nicht zu spät zum Date mit Sakura kommen. 19 Uhr. Date mit Sakura. Am üblichen Ort. Kageri. Er müsste hier verschwinden. Der Fluch tötet euch. Rennt. Könnte das vielleicht der Geist des Freunds dieser Frau sein? Möglich. Sie scheinen alle verflucht zu sein. Dann können wir ihm gar nicht helfen. Wir müssen herausfinden, woher der Fluch kommt. Er ist über uns. Er ist über uns. Ah, gut. Finden wir ihn. Er ist über uns. Und den treiben wir jetzt nicht aus. Ich dachte, wir erlösen die dadurch, dass wir die austreiben. Insofern wäre das doch theoretisch eine gute Idee, oder? Aber den lassen wir jetzt hier weiter leiden. Na gut. Von mir aus. Könnte die Quelle des Fluchs sein. Ihm nach. Der sah doch genauso aus wie alle anderen. Wie kommt ihr darauf, dass der jetzt ausgerechnet die Quelle ist? Aber naja. Ihr seid hier die Geisterjäger mit Superkräften. Was weiß ich schon. Denkst du wirklich, dass du dich vor uns verstecken kannst? Es ist ein Trapp. Oder ist man nicht? Ein Fall. Ja. Das war nicht mal ein richtiger Kampf. Sag's ihm, Akita. Du bist es also. Du bist die Quelle. Wer hier stirbt, ist auf den Ort gebunden. Auch der Tod befreit euch nicht. Ihr müsst töten, um zu fliegen. Erledige den Saftsack. Ah, das ist das Phantom von vorhin. Der Fluch sollte jetzt gebrochen sein, da der Typ weg ist. Was ist hier überhaupt passiert? Der Typ. Er hat alle verflucht, die hier gestorben sind. Und sie konnten erst dann gehen, wenn sie selbst den getötet haben. Ah. Deswegen gab es hier all diese Selbstmorde. Ein Verfluchter folgte auf den nächsten. Glaubt mir. Ich wollte auch, dass das endet. Aber ich konnte einfach niemanden umbringen. Das ist sehr nett von dir. Aber da wartet jemand auf dich. Auf mich? Er meint, etwas frische Luft würde dir guttun. Verlasse das Gebäude. Ah, da öffnet sich eine Tür für uns, oder? Na, guck. Tata-ta-ta. Endlich kommt er zu mir zurück. Ich kann euch nicht genug danken. Endlich sind wir wieder vereint. Zum Glück habe ich die Hoffnung nie aufgegeben. Unglaublich. Sie hat die ganze Zeit auf mich gewartet. Hätte ich das gewusst? Wette ich vielleicht. Hätte ich Kuchen gemacht. Sag das nicht. Du hättest nie jemanden umgebracht. Genau. Sie hat auf dich gewartet, weil du ein netter Kerl bist. Vielleicht habt ihr recht. Dank euch beiden. Na dann. Das war doch eine nette Nebenmission, finde ich, oder? Die Hauptmission ist hier. Okay. Aber erst versuche ich schnell noch... ...darüber zu fliegen. Und die Geister mitzunehmen. Und darüber zu fliegen. Die Geister mitzunehmen. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Schwupp. Ich bin ja schon dabei. Und dann, wenn wir schon dabei sind, fliegen wir noch darüber. Und retten die da. Und wenn irgendwie möglich... Ah, Tengu. Warum komme ich denn nicht an den ran? Verdammt. Holen wir uns die auch noch. Ah! Da sind noch... ...noch einer. Oh, ganz schön viele Geisterknödel haben wir jetzt gesammelt. Jetzt müssen wir aber echt mal zu einer Telefonzelle. Unser Zettel ist fast schon wieder voll. Und da drüben sind noch mehr Geister. Dammit. Komme ich da rüber von hier? Das wird schon sehr knapp. Nee, ich unterschätze mal, wie weit wir fliegen können. Das ist ja voll super eigentlich. Oh nein. Oh nein. Ah, ich kann nur noch einen der beiden einsaugen. Ah! Nein. Telefonzelle ist gleich da unten. Vielleicht kommen wir wieder irgendwie hoch. Jetzt hat mich die Sammelwut wieder... Ich komme hier einfach nicht aus. Weg. Entgehen. Wie auch immer. Die Sammelwurst hat mich wieder gepackt. Okay. Stufenaufstieg! Hooray! Das ist aber gut, weil ich glaube, jetzt können wir wirklich mittlerweile... Oh ja, können wir wieder gut shoppen gehen, nämlich was Fähigkeiten angeht. Also. Super Flugmodus. Habe ich schon. Check. Dann das hier... Ja, weiß ich nicht. Hier. Tango erschaffen. Super. Dafür brauchen wir aber noch zwei Makatame. Und dann dürfte ich auch nur noch zehn ausgeben. Nur noch zehn Fähigkeitspunkte ausgeben. Das andere müssen wir uns sparen. Okay. Na gut. Bis ich... Aber trotzdem. Ich lerne mal nur, dass Feuer... Gegner durchschlägt. Das finde ich nämlich vielleicht ganz cool. Die restlichen Punkte heben wir uns auf. Hey, du wirst langsam besser. Damit ich den Superflug... Äh, den Tango beschwören lerne. Weil wenn ich überall meine Tengos beschwören kann... Dann wird das Geiste sammeln viel leichter und viel schneller. Und dann... Kann ich das machen. Oh, was ist denn hier los? Wasserkapazität erhöht? Möge er über uns wachen. Und der... Ach, das ist der Zebrastreifen. Die Straßenbemalung lebt hier. Das ist ja witzig. Gefällt mir. Oh, was bist du denn? Oh, mein Gott. Hast du eigentlich öfter gegen diese Dinger gekämpft? Ich denke noch. Vielleicht ein, zweimal die Woche. Immer noch viel zu oft für meinen Geschmack. Na, guck. War doch gar nicht so schlimm. Aber cool. Neuer Gegnertyp. Das gefällt mir. Das sollte reichen. Ähm. Quatsch. Äh, so. Genau. Jemand hat da wohl etwas verloren. Mitten im Kampf eine Aufzeichnung von Ed anscheinend zeichnet das Gerät zufällig auf, als er es fallen lässt. Ich gehe auch ohne dich dorthin. Erika, warte. Also, ich folge hier. Ihr beide verschwindet aus Shibuya. Wie geplant. Was ist mit KK? Er darf Erika nicht kämpfen lassen. Und das hier kommt ins Schließfach im Bahnhof von Shibuya. Alles klar. Was denkst du, wo sie hingegangen ist? Wir helfen bei der Suche. Ich bin sicher, du findest heraus, was da schiefgegangen ist. Gehen wir zum Bahnhof Shibuya. Aber erst gehen wir shoppen. Der will nix von den Schätzen, die wir gefunden haben. Aber er verkauft uns eine von KKs Aufzeichnungen. Her damit. Ein von KK verfasster Bericht über eine Begegnung mit dem Yokai in der Sportallee. Tja. Mehr Fähigkeitspunkte. Nett. Okay, da ist unsere nächste Hauptmission. Nebenmission. Jetzt muss ich aber mal eben schnell zwei von diesen Missionen hier machen, denke ich. Weil dann... Was ist das da eigentlich? Ah, Eingang. Okay. Weil dann, wenn ich zwei so kleine Geister-Austreibungen mache, quasi, kann ich mir nämlich schon den Superflugmodus leisten. Also den Tango-Beschwörungszauber-Dingens. Das hätte ich jetzt gern noch. Das würde ich heute gern noch schaffen. Dann können wir auf einem ganz neuen Niveau erkunden. Unabhängig von Tango-Geistern. Das wird cool. Dafür müssen wir aber zwei so kleine Missionen machen. Ich glaube zumindest, dass mir auch das Tuch, das ich jetzt vorhabe zu jagen, zu einem grünen Stein bringt. Ich hoffe es. Weil so einen bräuchten wir. Schauen wir mal. Ah, funktioniert. Ah, nicht so gut, wie ich dachte. Schade. Oder wie ich gehofft habe. Das ist ganz schön ausgestorben, ne? Ich komme leider nirgends hoch, Mensch. Was ist denn hier los? Und hier ist Todesnebel, oder? Oh Mann, oh, wie komme ich denn da hin? Ich höre hier sehr seltsame Dinge da oben. Habt ihr es auch gehört? Ich frage mich, was das macht. Wahrscheinlich irgendwas auf der Brücke. Ah, guck mal da. Guckt mal da. Ah, auf der Brücke. Na, Gott sei Dank. Erstes Hindernis, erste Hürde haben wir schon mal geschafft. Ich da das Gerüst hochgehen können? Na, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, genau so. So, wenn ich jetzt von der Brücke auf das Dach da links neben uns fliegen kann, sind unsere Probleme gelöst. Alle. Alle unsere Probleme. Von jedem, der das hier zieht, ist jedes Problem gelöst für immer. Garantiert. Ich brauche nur jetzt eure Kreditkartennummer. Und schon. So. Tada. Überlass das dem Profi. Geister saugen. Geister saugen. Ich mag so gerne. Geister saugen. Bra. So. Jetzt kommen wir zu dir. Wie komme ich jetzt zu dir, Windbeutel? Da ist es! Ja? Das muss ein eternen Moment sein. Danke, Kamera. Es hat das nicht bemerkt. Danke. Komm, wir schlechten uns an. Ja, super. Ja, geh ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Ja, hallo. Es wäre total cool, wenn ich die Kontrolle über die Kamera wieder kriegen würde. Und wenn ich vielleicht nicht vom Dach fliegen würde, weil das Spiel entschließt mir. Ich muss unbedingt jetzt da hingucken. Also, wirklich, ey. Manchmal, oder? Manchmal sind Spiele dumm. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wo es hin ist und was hier überhaupt los ist. Na, wunderbar. Ah ja, da drüben ist es. Das ist gut. Das ist unsere Chance. Tada! Könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein. Jetzt brauchen wir nur noch einen davon. Und dann geht's ab. Ähm. Genau. Einen davon. Da gab es noch ganz viele solcher Missionen. Die habe ich nämlich bis jetzt komplett ignoriert, weil ich mir dachte, na, für was denn? Und jetzt machen wir schnell zwei davon. Hier ist noch eine Schnellreise und dann haben wir es gleich. Und dann können wir Tango beschwören. Ich bin gespannt, wie genau das funktioniert und ob das wirklich so komplett überpowered ist, wie ich das hoffe. Da ist es! Da ist es! Ja, das muss ein Ethan-Moment sein. Ein Ethan-Moment. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Ich versuch's. Es ist betäubt. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das ist sehr teuer. Das ist hoffentlich auch sehr awesome. Aber wir haben noch ein paar Fähigkeitspunkte. Vielleicht könnte ich auch das Essenslimit erhöhen. Jawohl. Das gefällt mir. Gute Arbeit. Hey, gar nicht schlecht. Komm, wie mach ich das jetzt? Wie beschwöre ich jetzt einen Tango? Muss ich mir nochmal kurz anschauen, was da steht. Rufe einen Tango. Halte. Ach so, nee. Genau. Ja. Rufe einen Tango und zieh dich sofort an ihm hoch. Ja, aber wie denn? Wie denn? Ah! Ach so, aber das hat eine begrenzte Reichweite. Ah, aber... Okay, okay, ja. Ja. Okay. Aha. Ich bin amused. Das ist gut. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Ab jetzt können wir nämlich super chillig die ganzen Geister hier in der Stadt sammeln. Wir müssen nicht dauernd irgendwie schauen, wie wir wohin kommen und so weiter. Das dürfte alles sehr verkürzen. Und ich freu mich. Oh, das sind voll die Gegner. Die hab ich voll übersehen. Schon wieder? Oh, das ist gut. Ah! Oh, das ist gut. Ah! Okay. Blocken. Man kann blocken in dem Spiel. Hirn. Merk's dir doch mal. Aber ist eh nicht schlecht, finde ich. Dann können wir jetzt nämlich ganz viel von unserem Essen essen. Und unsere maximale Lebensenergie deutlich erhöhen. Also mit deutlich meine ich um 1,2. Naja. Von? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Wie viel HP hat man denn eigentlich? Ich mach das. Ich zeig dir, wie das geht. Oh, guck dich das an. Da hat jemand den Kampf nicht ganz mitbekommen gerade. Das ist so gemein, ey. Aber irgendwie, die sie am Boden liegen, finde ich schon. Die krieg ich nicht hin. Keine Ahnung, was ich da falsch mache. So macht man das. Okay. Na nun, was ist denn das da oben? Ist das etwa ein einzigartiges Collectible? Was zur Hölle ist das? Ha, ha, ha. Ein Furin. Ein japanisches Windspiel aus Glas, das an Dachrinnen oder vor Fenster gehängt wird und bei Wind wunderschöne Klänge von sich gibt. Zum Glück habe ich versehentlich meinen Ping benutzt. Ich wollte es gar nicht. So, ich glaube, ich muss genau perfekt zu einer Telefonzelle, sonst ärgere ich mich, wenn meine Geisterkarte wieder voll ist. Oh, ab jetzt wird Reisen durch die Stadt so viel angenehmer mit dieser Tango-Skill-Aktion. Das wird super. Okay. Wo ist unsere nächste Hauptmission? Da unten. Na. Da. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Ah doch, guck mal. Sogar so hoch geht der. Ah, das ist super. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich mal eine nützliche Fähigkeit. Richtig toll. Ich bin jetzt der Tango-Beschwörer. Es funktioniert manchmal ein bisschen komisch, aber Hauptsache es funktioniert. Jetzt können wir uns wirklich wie Turbo-Spider-Man durch die Welt schwingen. und alle Geister in Sekundenschnelle aufsaugen. Was passiert eigentlich, wenn noch ein Zweiter mit den gleichen Fähigkeiten unterwegs ist und auch so ein Zettelchen hat und dann will der gerade den gleichen Geist einsaugen, den ich einsaugen will und dann kreuzen sich unsere Geisterströme von den Papierzettelchen. Ein gefährliches Spiel wäre das, wenn das passiert. Oh fuck, okay. Hey, zur Zeit kriege ich so viel ab bei den Kämpfen. Was ist los mit denen? da geht noch was. Ah, die gehen mir so auf die Nerven, ey. versteckt sich dauernd hinter einem Geländer und geht in Deckung und schießt ihre Bubble-Bällchen und ist einfach nur nervig. Wirklich, meine Güte, ich hasse die. und schießt ihr Okay. Ah ja, da drüben sehe ich auch noch was schweben. Tango? Tango, flieg und sieg. Wo ist er denn jetzt? Ja, wie gesagt, manchmal ist er komisch, aber egal. Das ist so ein guter Skill, da wollen wir mal nicht so sein. Gut. Gut, 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 gut. Na komm, hopf, hopf. Hopf, hopf hoch. Da ist Hüpfen und Malz verloren bei dem. Über den Dächern muss die Menge an Geistern wohl grenzenlos sein. Und ich sammle sie ein. Außer der Tango ist wieder mal ein Schwein. Ich glaube, ich könnte jetzt quasi einfach ungefähr 15 Stunden lang diese Geister von den Dächern sammeln. Ich habe das Gefühl, es hört nicht auf. Egal wie viele wir sammeln, es gibt immer mehr und mehr und mehr. und das macht mich wahnsinnig, weil ich sie alle sammeln will, aber gleichzeitig nicht. Ich brauche keine Pillen, hat er gesagt. Ich glaube, ich schon. Ich bräuchte, glaube ich, irgendwas dagegen. Aber hey, es sind Erfahrungspunkte, es ist Geld. Es ist ja nicht so, als wäre das nur irgendwie so ein Collectible um des Collectibles willen. Es ist ja nicht so, dass ich dafür irgendwie nur ein Achievement kriege, wenn ich alle habe oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Wie Bubble Lady, ey. Ohne Scheiß. Hau ab. Oh mein Gott. Wo sind denn jetzt die Geister? Pengu? Das ist kein Geist. Ah ja. Na komm. Oh, es bleibt noch so ein Wesen. Nein, come on. Hallo? Wo sind wir denn? Lieber Herr Gegner. Ich wäre so weit. Wo sind Sie? Hallo? Ah! Na, du bist der Fallschuss. Naja, okay. Okay, keine Ahnung, wo der andere hin ist. Ich höre noch irgendeinen Gegner keuchen, rächeln. Vielleicht auf dem Dach oder so. Nehmen wir erstmal den Eiffelturm mit, der nicht der Eiffelturm ist, sondern der Tokio Tower. Ein Fernsehturm aus Stahlfachwerk, der als Touristenattraktion und kulturelles Symbol Tokios gilt. Der Fernsehturm hat Ohren. Kein Ton geht ihm verloren. Rennen. Ah! 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 Das Minispiel hätte ich auch nicht so oft gebraucht, muss ich sagen. Na? Na? Okay, cool. Okay, okay, okay. Das ist doch ganz nett hier. Guter Turm. Guter Turm. Habe ich alle Geister hier erwischt? Ich denke schon. Was ist das da noch? Ist das Schweben des Essen, oder? Ja, genau. Nehmen wir mit. Hallo, Lenuferdi. Wie geht's? Meine Stimme ist sehr sexy, wenn ich was vorlese. Für vielen Dank. Deswegen sind auch deine Lobby dir sehr nice anzugucken. Ja, das freut mich. Dankeschön. So, Dalla. Wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwo. Ich... Eigentlich, stimmt, ne? Eigentlich wollten wir da unten zur Hauptmission. Ich hab mich nur gerade... Ich war die letzte... Ich weiß nicht, was die letzten 20 Minuten passiert ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Geistersammelrausch ist über mich gekommen. Und noch mehr. Es nimmt kein Ende. So, jetzt müssen wir dann aber dringend zu einer Telefonzelle. Ich nutze jetzt deinen Körper. Ach, da drüben wären noch... Einen könnte ich noch mitnehmen. Wollen wir schnell rüberfliegen? Ne, wisst ihr was? Gehen wir erst in die Telefonzelle. Das ist wahrscheinlich eh schon wieder ein Level ab, oder? Wir haben unsere... Unsere Geisterzettelchen fast schon wieder voll. Oh, Todesnebel. Mein Gott. Ja, komm, ich konnte den gerade... Ja, perfekt. Den holen wir uns trotzdem. So, aber jetzt bitte in Richtung... In Richtung Missionsziel und nicht immer nur in Richtung optionalem Geistergesammle. Geistersammeln ist ja schön und gut, aber man muss auch mal die Story vorantreiben. Irgendwann. Hallo? 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 Ich muss sagen, das ist ganz cool. Ich muss echt sagen, dass mit dem... Jetzt, wo ich den Tengu da beschwören kann, jetzt mit dem Rumfliegen und dem Hochgreifen und so weiter, macht die Fortbewegung in dem Spiel tatsächlich Spaß. Und ist jetzt plötzlich auf einen Schlag ganz was anderes wie die ersten paar Stunden des Spiels. Wo ich halt einfach noch die meiste Zeit zu Fuß über die Straßen gelatscht bin. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich mich mit dem Tengu mal versehentlich sehr tief in den Todesnebel reinschwingen könnte. Und dann habe ich ein Problem. Da sollte ich drauf achten, glaube ich. Na komm, halt dich irgendwo fest. Gut gemacht. Ich höre schon wieder irgendwelche Stimmen im Nebel. Oh, guck mal. Da gehen wir doch mal hin. Nein! Ich wollte die finishen und nicht die Geister einsaugen. Warum ist das die gleiche Taste? Okay. Hauptsache die Bubble Ladies sind gesiegt. Alles andere kriegen wir schon hin. Mal gucken. Ich spüre, wie ich stärker werde. Bald gibt es eine Genki-Dama. Ja, genau so. Genau so. Ist das da irgendwie wirklich ein Tempel? Gibt es da für mich wirklich eine Verbesserung, eine Gebietskette oder sowas? Nö, scheinbar nicht. Sieht aber genauso aus. Ah, komisch. Naja, hätte ja sein können. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ah, guck mal. Jetzt sind wir wieder ziemlich am Anfang. Da ist dieses Mega-Einkaufszentrum, in dem ich mich in der ersten Folge oder sowas so ultimativ verlaufen habe. Das war schön. Ich dachte, ich komme nie wieder raus. Ich habe euch den Weg bereitet. Nachricht aus Schließfach. Erika, falls du dich entscheidest, zurückzukommen, warte in Apartment 302 in Gebäude C des Kirigao-K-Wohnblocks auf mich. Ich komme zu dir. Egal, was passiert. Renko hat den Schlüssel und eine Nachricht hinterlassen, falls sie Erika nicht findet. Ist sie vielleicht in der Wohnung, die sie da erwähnt? Gut möglich. Sie wollte zumindest da sein. Und schon wieder Regen. Neue Nebenmission. Das Versteckspiel. Ah, stimmt. Hier wäre auch eine Nebenmission schon gewesen. Finde ich gut. Ich mag Nebenmissionen. Aber die sollten irgendwie, kann ich irgendwie ein bisschen sortieren, was man hier sieht auf der Karte und was nicht. Filter. Ah, okay. Aber ich kann, das nervt mich ein bisschen. Ich würde gern alles, was erledigt ist, einfach ausblenden. Warum wird mir das überhaupt... Ah, hier. Abgeschlossenes Verbergen. Danke. Viel besser. Warum sollte ich abgeschlossene Sachen noch sehen wollen? Warum ist das standardmäßig überhaupt aktiviert? Damit das Spiel sagen kann, guck mal, wie viel Content ich habe. eine Seelenspur. Also, wer ist denn diese Erika? Sie war eine von uns. Sie besaß die Gabe. Sie wollte an unserer Seite kämpfen. Aber Renko wollte sie nicht mit reinziehen. Dann nutzt sie also den Geisttransmitter, um sich fortzubewegen. Immer noch die Alte. Sogar als Geist. Renko hat wohl weiter nach Erika gesucht. Selbst nach ihrem Tod. Oh, da ist schon wieder ein Geisterzug. Finde ich cool, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass die mich angreifen, wenn ich zu nah komme. Vor allem vor der Riesenkatze habe ich Angst. wollte sie nicht mit reinziehen. Erika hatte allen Grund zu kämpfen. Der Freak mit der Maske war noch ein Slenderman. Erika hatte allen Grund zu kämpfen. Der Freak mit der Maske. Das ist ihr Vater. Oh, what a plot twist oder so. In letzter Zeit wurden in Shibuya viele Kinder als vermisst gemeldet. Anscheinend sind sie alle ein Versteckspiel verschwunden. Merkwürdiges verschwinden. Vielleicht ist die Verderbnis die Ursache. Ich hoffe nur, sie kommen alle wohlbehaltend zurück. Vielleicht kann ich helfen. Zumindest, dass sie als Geister zurückkehren. Ich finde, das ist besser als nix. Ach, guck mal hier, bei dem Autounfall bin ich doch am Anfang im Intro gestorben, ne? Nein, ich will nicht kämpfen. Können wir nicht einfach nicht kämpfen? will jemand mit mir spielen? Hey, hier da! Wollen wir Verstecken spielen? Ja! Ich verstecke mich, wir missuchen. Du glaubst, er hat was mit den verschwundenen Kindern zu tun? Oder er ist selbst eins der Opfer. Guter Punkt. Wie auch immer, wir sollten uns das mal ansehen. Oh, was haben wir denn hier? Einen Kaputt-Käfer oder sowas. Japanischer Nashorn-Käfer. Diese Käfer sind bei Kindern aufgrund ihrer schrillen Panzer und des auffälligen Horns sehr beliebt. Bei Kindern und bei Ito. So, wo ist jetzt dieses Kind hin? Achso, irgendwo hier muss ich das suchen anscheinend. Na dann. Ich hoffe, meine Geister-Power hilft mir. Oder hilft mir vielleicht der Hund? auch ein Kumpel. Mach schön langsam. Ne, der gibt mir nur wieder ein paar Euro. Herr damit, so, hauen wir den da rein. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Geisterjunge. Wo bist du? Dass ich jetzt wirklich wortwörtlich verstecken mit dem spielen muss, hätte ich nicht gedacht. Aber der muss irgendwo hier drin sein. Also zumindest, wenn man sich den Questmarker, den Questbereich unten auf der Map anguckt. Zom-Bomb? Haben wir da nicht... Ne, das waren Filme, ne? Ich dachte schon, wir haben Bücher im Bücherregal gesehen und hier ist jetzt die Verfilmung davon. Aber nein. Das ist, ähm, der Film anscheinend. No Nukes, no Guns, fight as humans. Äh, okay. Okay, Geisterjunge, du hast gewonnen. Ich finde dich nicht. 100 Punkte für dich. Herzlichen Glückwunsch. Jedes Mal verirre ich mich hier. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Für mich ist das kein Problem. Ja. Dann geht's mir. Sehr schön. Dann geht's nach enc robust Kiong. Ja. Wie ist das? Dann geht's. Ja. 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 Wir waren hier, glaube ich, schon mal. Aber damals war der Zug noch nicht offen. Damit bist du wohl bereit für ein paar neue Fertigkeiten. Oder war das woanders vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich gebe mal kurz die Zugwaggons ab. Auf was ich zahlber. Könnte irgendwas Cooles drin sein. Kleidung. Koffer. Was will man mehr? Na gut, okay. Dann holen wir den Jungen. Ich habe ihn gesehen da hinten in der Fotokabine oder was das ist. Oh Mann! Ich habe mich gefunden! Diese Runde haben wir wohl gewonnen. Ich hatte schon ewig nicht mehr so viel Spaß. Ich heiße Yuskik. Lass uns irgendwann wieder spielen. Okay, das war... Er hatte wohl doch nichts damit zu tun. Er wollte also einfach nur Spaß haben. Kinder. Das war die Nebenmission. Mit den verschwundenen Kindern. Das war ein bisschen antiklimatisch. Ich dachte irgendwie... Weil ich meine... Im Endeffekt habe ich nichts gelöst, oder? Ach so. Nee. Ich glaube... Oder? Doch. Was? Okay. Komisch. Danke. Hier soll außerdem irgendwo noch ein Collectible sein. Anscheinend. Aber das habe ich jetzt leider nicht gefunden. Das wäre im gleichen Gebiet wie das Versteckspiel jetzt gerade. Deswegen hätte ich gehofft, das finden wir schon. Aber ich wüsste nicht, wo... Halt! Da ist irgendwas komisches oben. Kommen wir da denn hin? Ist doch im Zug, oder? Guckt euch das an. Was zur Hölle ist das? Im Walkman, mein Gott. Wie alt bist du? Tragbare Kassettenspieler. Ein Gerät, das Audiokassetten abspielt und klein genug ist, um es herumzutragen. Ha! Schatz gefunden. Nice. Okay, cool. Immerhin. Na, schön. Jetzt passt auf. Da ist die nächste Nebenquest. Wir machen jetzt eine Schnellreise hierher. Die nächste Nebenquest klingt ziemlich cool, finde ich. Die Haltestelle im Nichts. Oh, da bin ich gespannt drauf. Aber, Leute, machen wir jetzt Schluss, würde ich sagen. Speichern. 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 So, da la. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Bits, für die Spenden, für die Abos, für alles. Und, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jetzt da, ich schaue gerade, wie wir schon die 500 Euro Marke überschritten haben, heißt das, dass der nächste Stream noch mal länger wird als der jetzige Stream. Wahrscheinlich fange ich deswegen nächste Woche dann schon um 18 Uhr an und dann geht's von 18 bis 24 Uhr, wenn die Technik und vor allem das Internet mitspielt. Ansonsten verteilen wir die Stunden ein bisschen oder ich mache mal noch ein extra Let's Play oder sowas für den Let's Play Kanal. Na dann, gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.